Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 338. Mein Name ist René, außerdem heute der mit Schlafmangel kämpfende Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Fachmann für Plastikmüll, der Herr Basti. Gude und Grüße. Wer wissen will, was es mit diesem Plastikmüll auf sich hat, der muss die aktuelle Folge Fußball 2000 gucken. Und vielleicht haben wir Glück und nachher kommt auch noch der rotbärtige Mann aus dem Müllcontainer dazu. Werden wir dann allerdings noch sehen. Sehr gut. Wir wollen heute reden über Transfers, Dortmund, den Dosenverein, Dummschwätzer, Empfehlungen und sonstige Dinge. Und wir müssen natürlich bei diesem grandiosen Deadline-Day anfangen mit der wichtigsten Frage. Basti, hattest du deinen gelben Anzug an? Gelbe Boxershorts hatte ich dann irgendwann nur noch an. Nur noch gelbe Boxershorts? Ja. Ja, okay. Ganz hervorragend. Also ja, natürlich hatte ich am Anfang einen Anzug an, weil ich wusste ja noch nicht, was passiert. Aber so wie der Deadline-Day dann gelaufen ist, war es dann am Ende nur noch eine gelbe Boxershorts. Und dann bin ich trotz Minusgraden auf die Straße gerannt und habe mich gefreut. Ja, zu Dingen ohne Hose kommen wir nachher bei den Dummschwätzern auch nochmal. Seid gespannt, liebe Freunde. Fassen wir doch den Deadline-Day nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben nochmal so ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Wir haben verpflichtet den Herrn Almami-Touré-Vertrag bis 2023. Ich habe noch keine offizielle Ablöse gesehen, aber kann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. 1,6 Millionen Euro ungefähr angeblich. 1,6. Also das war das Maximale, was ich gelesen habe. Ich habe sogar manche Dinge gelesen. Transfermarkt sagt 750.000. Genau. Das wäre ja ein Abfall. Da hätte ich ja zwei von genommen. Okay. Dann hatten wir den Herrn Tuter. Den hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen. Ebenfalls Vertrag bis 2023 für so korportierte 1,7 Millionen. Und dann den Herrn Hinti oder Hinteregger, wie ihn seine Freunde nennen. Laie mit Kaufoptionen. Ich erinnere mich auch, dass wir das in der letzten Woche schon predicted haben. Also so alles in allem würde ich sagen. Abwehrtechnisch läuft. Fällt mir sehr gut. Auf jeden Fall klares Zeichen, dass wir tatsächlich oben mitspielen wollen. Weil das war ein Fehler, die die Eintracht die letzten Jahre immer gemacht hat. Und ich finde, das ist ein klares Zeichen, dass wir auf jeden Fall mal gehandelt haben. Auch die Namen, wie ja schon richtig gesagt habe, Hinteregger, der sofort hilft. Und der ja auch dann im Endeffekt im Spiel auch gleich eingesetzt wurde. Jetzt habe ich heute gelesen gehabt, Tuter hängt noch ein bisschen mit Passproblemen. Fest. Also das ist auch wieder so eine typische Krankheit der Spieler mittlerweile. Und Touré aber tatsächlich auch wohl die Wadenverletzung überstanden. Ist wohl im Mannschaftstraining oder kommt morgen ins Mannschaftstraining. Ich weiß jetzt nicht genau. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich genial, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also vom zeitlichen Ablauf her, und das schreibt auch gerade der Rubeck im Chat, war das so ein bisschen Nervenprobe für alle Eintracht-Fans. Weil es war ja sehr lange sehr ruhig. Und dann irgendwann so ab 15 Uhr oder was ging es dann, aber so Schlag auf Schlag da hinten raus. Also Hut ab. Also auch gerade mit dem Hinteregger-Deal, der ja wahrscheinlich jetzt nicht so lange geplant war, aber dass sie dann da auch einfach schnell genug waren. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen den Bonus einfach auch hatten mit Hütter als Trainer, die sich ja kennen aus der Salzburg-Zeit. Aber trotzdem, dass man da dann doch durchaus schnell reagiert hat und da ein Deal gemacht hat, fand ich auch sehr gut. Ja, weil das hat man ja auch im Spiel gegen Dortmund, wo wir dann gleich noch drüber sprechen werden, durchaus gesehen, dass das eine wichtige Personalie war oder eine wichtige Position war, auf der wir uns da verstärkt haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht auch ein bisschen Eintracht-Podcast hört. Das ist ja fast schon bestätigt. Weil erinnert ihr euch noch, als Marvin und ich vor gut einem Jahr war es, glaube ich sogar, gefordert haben, dass die Eintracht so ein bisschen mehr Hype in Spielerverpflichtungen reinballert. Auch auf Social Media, dass sie so ein bisschen so einen Wrestling-Charakter hat. Und ich habe das Gefühl, die Eintracht hat sogar so ein bisschen damit gespielt, dass eben die Eintracht-Fans aufgrund von vergangenen Transferperioden und aufgrund von Verhalten in solchen Dingen, der alten Eintracht-Funktionäre so ein bisschen vielleicht damit gespielt hat, auch mit dieser Angst, zu sagen, ey, wir ballern das jetzt so ein bisschen raus, dass du einen Hype kriegst. Dann bla 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 Tutor, dann bla 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 Hinteregger und dann bam noch Touré. Also so, ja, das hat natürlich, das hat bei mir auch gewirkt. Also stellt euch vor, das wäre irgendwie über die Wochen so ein bisschen verteilt gewesen. So war es nicht so, kam das alles auf einen Tag und ich glaube, jeder war richtig erleichtert, weil wir haben ja gesehen, was die Abwehr gegen Freiburg und dann gegen Bremen, hat man es noch deutlicher gesehen, was da los war. Da wollten wir Verstärkung. Dann haben wir natürlich als Eintracht-Fans gedacht, ja toll, jetzt holen die nur Tutor, der hilft nicht sofort, das wird eine engere Geschichte. Fallett bleibt doch, bla bla bla. Ja, und am Ende kommt tatsächlich Hinteregger, wie Dennis es schon gesagt hat, der sofort hilft. Und dann hast du auch noch Touré, der, wie gesagt, noch nicht komplett fit ist, den man dann wahrscheinlich erst im Sommer holen wollte und jetzt für einen geringen Betrag aber schon holen konnte. Und dann hast du ja zumindest mit Chandler und ihm so ein bisschen am Horizont einen Ersatz, falls da kostet er, obwohl er jetzt wieder mehr in die Spur gekommen ist. Wo wir aber eigentlich schon damit rechnen, dass er diese Saison nicht komplett so durchrennen kann. Das heißt, für die hoffentlich noch mehr Europapokalspiele und für ab dem 26. und 27. Spieltag vielleicht irgendwie einen Ersatz für der Kost. Also es ist doch, also ich finde es überragend, ehrlich gesagt. Wie ist es jetzt eigentlich, ich hatte gerade eben gesagt, Hinteregger mit Kaufoptionen, jetzt gab es im Chat gerade eben mehrmals die Frage oder den Hinweis, es gäbe keine. Ich hatte das ursprünglich so verstanden, dass es da wohl eine Kaufoption gibt oder habe ich mich da vertan? Ich habe es sowohl als auch gehört gehabt, dementsprechend offiziell, wird da ja eh, glaube ich, nicht wirklich was propagiert. Aber es gab sowohl die Meldung im Endeffekt, dass eine Kaufoption da wäre, aber auch eine Höhe habe ich da nicht parat. Also entweder Kaufoption oder zumindest irgendwie. Also es wurde auf jeden Fall so kommuniziert, dass man sagt, dass es eine Win-Win-Situation für Spieler und Eintracht zumindest ist, dass man sagt, okay, man kann sich das jetzt in Ruhe anschauen und dann im Sommer fahren. Also das klingt auf jeden Fall nicht so, als wenn man den nur ausgeliehen hätte, sondern dass da auf jeden Fall die Chance besteht, dass er über den Sommer hinaus bleibt. Ja, also entweder das heißt. Genau, mit Augsburg vereinbart ist gerade wegen dieser Kurzfristigkeit, das weiß man glaube ich nicht, vielleicht wussten die das in der Schnelle der Zeit selber auch nicht und haben dann vereinbart, okay, wir haben jetzt auch selber, beide Mannschaften haben auch selber gerade akutere Sachen, als sich da irgendwie ein kompliziertes Modell auszudenken, weil ich glaube, die Eintracht brauchte so jemanden. Augsburg wollte ihn loswerden aufgrund der Problematiken, die es da scheinbar in der Kommunikation gab, von daher ist doch alles in Ordnung. Und dass die Eintracht sowas macht, ja, Dennis hat es auch schon gesagt, das ist trotzdem ein Zeichen, weil sich das unterscheidet vom Verhalten in der Vergangenheit. Das ist einfach so. Das ist was, was mir, das lässt mich a, ruhiger schlafen und b, weckt es natürlich auch, wenn ich es nicht so ganz zulassen will, Hoffnung, dass die Eintracht wirklich zumindest plant, ja, so den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ja, sonst würde die Eintracht das ja nicht machen, weil, seien wir ehrlich, um die Klasse zu halten oder um einen gesicherten Mittelfeldplatz zu halten, hätte das vorhandene Personal auch ausgereicht. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, acht Verletzte gehabt haben. Ja, da hättest du maximal, wenn dann hinter Egger gliehen und den Rest hättest du gesagt, komm, lass rein. Ja, genau. So wäre es dann wahrscheinlich eher gelaufen. Wie du sagst, ich denke auch, dass es ein klares Zeichen ist, dass die Mannschaft auf jeden Fall schon weiterblickt. Und noch zu einer Personalie, du hast es vorhin schon gesagt, Basti, mit Da Costa das Einzige, was bei mir so ein bisschen, mal schauen, was da so geht. Eventuell sind Interessen oder Interessenten, besser gesagt, für Da Costa da. Du hast gesagt, okay, wir wollen nicht nur mit Chandler planen für dann im Endeffekt im Sommer, dann wird es hektisch etc. Vielleicht soll einfach jetzt auch ein Touré an die Mannschaft rangeführt werden, um dann tatsächlich auch ein Da Costa-Ersatz zu sein im Sommer. Weil so wie er letzte Runde gespielt hat, beziehungsweise gerade die Hinrunde auch, hat er natürlich auch Begehrlichkeiten extrem geweckt. Bis 2023 ist natürlich auch mal wieder eine Hausnummer, dass die Verpflichtungen hier, das finde ich ja ziemlich geil, dass auf jeden Fall hier langfristig, dass du eventuell auch aus den Spielern nochmal Kapital schlagen kannst. Wenn auch ein Touré sich hier einigermaßen stabilisiert in ein gesundes Umfeld kommt, da spielen kann, verletzungsfrei bleibt, glaube ich, können wir den auch nochmal in zwei Jahren gut wieder verkaufen. Ja, also ich glaube, das mit Da Costa habe ich jetzt auch schon, habe ich auch überlegt, habe ich auch schon von anderen oft gehört, glaube ich aber gar nicht. Also ich glaube nicht, dass Da Costa im Sommer einer derjenigen ist, der wechselt, weil er, glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass er einer derjenigen ist, der schon so viel Scheiß mitgemacht hat, dass er, glaube ich, nicht sofort, so wie, ja, ich will es jetzt gar nicht zu negativ sagen, aber nicht so dumm ist wie Marius Wolf zum Beispiel. Dass Marius Wolf hat ja auch viele, viele Taylor gehabt, der hat sich da wieder verletzt, der hat ihm wieder die Chance gegeben. Da Costa, der hat ja bei Hannover zwei sogar gespielt, Marius Wolf, muss man sich mal überlegen. Mittlerweile ist ja Hannover eins nicht mal mehr irgendwie, Zweitliga-tauglich fast. Und du hast ja einfach, und er hat dann sofort nach seinem ersten Jahr gesagt, okay, ich werde mir das jetzt auf jeden Fall mit aufs Bankkonto spiegeln, so diese Leistung, die ich habe und den Hype. Ja, da hast du ja gesehen, das bringt nicht unbedingt was und ich glaube, Da Costa sieht sowas ja auch. Weil ich schon glaube, dass er auch trotzdem, jetzt in der Rückrunde sowieso, aber auch nächste Saison vielleicht diese Leistung, die er gezeigt hat, auch erstmal bestätigen muss. Also es ist nicht so, dass Da Costa hier, weiß ich nicht, komplett durchgerannt ist, sondern ich glaube, dass Da Costa zumindest, mindestens noch eine Saison hier bleibt. Da bin ich froh und mutig und dann hast du mit Touré echt einen guten Backup, der aber auch zur Not mal in die Innenverteidigung springen kann, weil er physisch auch noch eine Stufe über Da Costa steht. Ja. Ja, was man glaube ich bei dem ganzen Thema auch nicht vernachlässigen darf, ist, was man ja von vielen Spielern hört, dass sie in Frankfurt halt einfach auch ein Umfeld haben, in dem sie sich extrem wohl fühlen. Die Mannschaft macht irgendwie viel zusammen, da scheint viel im Hintergrund noch zu laufen, das mit den Fans und so weiter. Also scheint auch, auch das scheint ein großer Ausschlag zu sein, der das hatte Da Costa ja auch immer wieder erwähnt. Also ich glaube ja schon, dass das auch nochmal so ein Bonusfaktor ist. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Rechtsverteidigerposition ist natürlich immer eine begehrte Position, auch bei anderen Vereinen, es gibt da nicht so viele gute. Und die Nationalität spielt da natürlich auch noch die eine oder andere Rolle, auch mit Blick so Richtung Nationalmannschaft und so weiter. Also könnte noch ein Thema werden. Aber in Summe kann man glaube ich sagen, die drei Verpflichtungen, die wir da am letzten Tag getätigt haben, waren mehr als sinnvoll. Dann gab es ja noch das Thema mit Abgängen, die gerüchtet worden waren. Wir hatten ja letzte Woche noch so ein bisschen spekuliert, ob man Falett im letzten Spiel so ein bisschen ins Schaufenster stellen wollte. Man hat ja dann festgestellt, dass Falett quasi selbstständig das Schaufenster eingeworfen hat. Also da hat ja nicht wirklich mit dem Transfer dann nachher irgendwas funktioniert. Ich glaube Fabian wird immer noch so ein bisschen gerüchtet. Der war ja auch glaube ich heute vom Training freigestellt, angeblich irgendein chinesischer Verein dran interessiert. Philadelphia auch scheinbar. Philadelphia auch. Bestimmt, wie lange ist es auch noch Transferfest gelaufen? Ah, okay. Ich glaube bis Mitte Februar noch. Also die haben noch ein paar Tage Zeit. Also da könnte noch was gehen. Also Abgänge. Klärt mir nochmal was mit Falett, der wollte doch, was war denn das mit Besiktas und ich habe es überhaupt nicht gehört. Ja, das war schade. Also das Gerücht, was Besiktas mit Falett hatte, war, ey, dass wir tatsächlich 1,25 Millionen Leihgebühr kriegen. Ja, genau. Mit einer Klausel von 4 Millionen Ablöse. Da war quasi die Leihgebühr schon so hoch, wie ich mir eigentlich die Ablöse hätte erhofft. Ja, hat scheinbar funktioniert. Ja, man muss auch aufpassen, so schlecht ist es vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass, ja, wir wissen ja alle, wie das ist, wahrscheinlich, das mit Hinteregger ist wahrscheinlich kurzfristig entstanden. Und wahrscheinlich hat dann einfach durch diese anderen beiden Transfers noch, wahrscheinlich hat einfach die Zeit auch nicht mehr gereicht. Weißt du, weil ich glaube, so Verhandlungen sind, glaube ich, trotzdem schwieriger, als wir uns das hier vorstellen. Also ich glaube, du musst dann, da muss einen erreichen. Grüße nach Bordeaux, die einfach nicht ans Telefon gegangen sind. Ob die die Story mitkriegt, die können wir ja später vielleicht nochmal in Detail erzählen. Unbedingt erzählen. Ja, super. Auf jeden Fall, mache ich jetzt kurz. Auf jeden Fall war es so, dass Bordeaux irgendwie den Spieler wechseln wollte und Bordeaux ist einfach den ganzen Tag nicht ganz hell. Das war auch ein Move, den man machen kann. Nee, auf jeden Fall ist es, glaube ich, einfach so, dass das quasi eine Zeitfrage ist, weil wir haben ja dann gesehen, dass Bejik das auch so ein bisschen von ihrem Zeitkonto für Kagawa dann benutzt hat. Also wahrscheinlich hat das einfach zeitlich nicht mehr hingehauen und ich gehe davon aus, dass wir spätestens im Sommer dann hören werden, dass Palette wechselt, weil dann auch wahrscheinlich tut er einen Schritt weiter ist. Touré, wie gesagt, kann auch in den Verteidiger spielen. Vielleicht bleibt sogar Hinteregger. Ich glaube, Hinteregger wäre so ein Deluxe-Palette. Ist vom Spielertyp ähnlich, trotzdem für mich noch eine Stufe besser. Also ist jetzt auch nicht der, das ist jetzt nicht der, der die geilste Spieleröffnung macht, aber es ist trotzdem so ein Deluxe-Palette und Rust, der so ein bisschen kantiger ist. Aber ja, gefühlt vielleicht sogar noch ein bisschen torgefälliger und technisch dann doch nicht ganz so limitiert. Also von daher verschiebt sich das wahrscheinlich, sei denn, er geht vielleicht auch noch in ein Land, was René angesprochen hat, wo die Transfer-Lessie noch auf ist. Das weiß ich nicht. Ja, also da gibt es ja noch das eine oder andere, wo da noch die Richtung irgendwie eingeschlagen werden könnte. Ganz ehrlich, auf diese Fabian-Gerüchte, da gebe ich schon ehrlich nicht mehr wirklich viel. Das liest man gar nicht mehr, gell? Ja, also ab und an, liest man es nochmal ganz ehrlich, das hörst du irgendwie gefühlt alle zwei Wochen, da waren schon so viele Vereine. War ja schon weg im Sommer. Dann war er ja quasi dann auch schon weg, aber der ist dann doch irgendwie da geblieben. Also ich glaube, dem geht es jetzt so gut. Ja, habe ich ja gesagt, der habe ich auch bei Fußball 2000 schon vermutet, der will wahrscheinlich noch Frescas und Oberplatzfesten mitnehmen. Ja, könnte sein. Vielleicht will er auch an den Standort wechseln, wo es einen Five Guys gibt, man weiß es nicht genau, woran es dann immer scheitert. Ja, auch möglich, auch möglich. Schauen wir mal. Aber der hat sowieso nur noch Vertrag bis Sommer, ne? Der hat sowieso nur noch Vertrag bis Sommer. Ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie den nochmal, und wenn es nur ausgeliehen ist und wir ein bisschen was vom Gehalt sparen, wäre das schon, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Ach so stimmt, auslernen kannst du nicht mehr. Ah, stimmt. Wenn, dann geht der nur noch komplett weg. Genau. Ja, dann halt komplett weg, Joe. Schauen wir mal, was noch passiert. Also ich meine, die eine oder andere Liga hat noch bis Mitte Februar die Transferliste offen, also da könnte es noch bei den Personalien... Also das mit Philadelphia hatte ich auch bei ESPN oder sowas, wo das, meine ich, mal durchgesickert. Vielleicht, schauen wir einfach mal. Ja, ja, und ich meine, heute was gelesen zu haben im Vorbeigehen, dass irgendwelche chinesischen Vereine da auch noch dran werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die sind ja auch gerne mal bekannt dafür, das ein oder andere gute Gehalt zu zahlen. Ja. Wenn sie da nicht irgendwie komplett pleite gehen und irgendwie vom Staat aufgenommen werden. Ja, was haben wir sonst noch aktuelles? Dann haben wir ein paar Verletzungen, Schrägstrich Ausfälle, da hat der Dennis gerade eben hier noch was in unsere Sendungsliste geschrieben. Ja, leider Gottes, wie unsere Befürchtung wieder wahr wurde. Abraham immer noch nicht wirklich im Mannschaftstraining, ich glaube, immer noch individuell da, das wird wohl dauern. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und leider auch von der Kommunikation her, leider wieder so, das kann auch sich noch ein bisschen hinziehen. Jovic hatte ich ja am Samstag schon gedacht, was ist denn hier los? Ich glaube, der wird so in der 50. Minute ja schon wieder ausgewechselt. Das liegt wohl genau Magen-Darm vor und mal schauen, wie fit er halt wird. Jovic bringt uns halt auch insbesondere jetzt beim Spiel gegen die schönen Red Buller leider auch nur in Vollgas-Situationen was. Also ich denke, mal schauen, was da geht. Also ich denke, könnte schwierig werden mit dem Spiel am Samstag. Und ja, schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen Luft bis dahin. Das waren jetzt so die zwei, die ich gesehen hatte. Ja, ich glaube, das reicht mir auch voll und ganz. Mehr brauche ich nicht. Und dann gab es noch Nachnominierungen für die Euroleague. Da hatten wir ja auch schon drüber spekuliert, wann denn nachnominiert werden darf. Und die Frist war der vergangene Freitag. Und heute sind die Nachnominierungen bekannt gegeben worden. Und auf Seite der Eintracht wurde nachnominiert Gendler, Rode und der Herr Hinteregger für die Euroleague-K.o.-Runden. Da habe ich ein bisschen gestaunt, dass Tavata statt Tourette da drin ist. Aber gut. Ach stimmt, der war ja auch noch mit dabei. Den hatte ich schon wieder total ausgeblendet. Ich weiß aber gar nicht, ob Tourette überhaupt darf, weil du hast ja Regelungen, wie viele Spieler mit welcher Nationalität oder Nicht-Jugendspieler oder irgendwas. Da gab es auch da Regelungen, wie viele da rein dürfen. Also es könnte sein, dass er dieser Regel dann zum Opfer gefallen ist. Ja, aber Tavata kann ja keinen, also was hat Tavata für einen Vorteil gegenüber Tourette? Tavata ist ja drin. Ja, stimmt auch wieder. Und Tourette nicht, das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber gut. Ist wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend, aber war das Einzige, was mich da so ein bisschen hat aufblicken lassen. Dass Tuta nicht dabei ist, da konnten wir glaube ich alle von ausgehen. Ja. Und wann musste das abgegeben werden? Letzten Freitag. Vielleicht, die Verletzung sah vielleicht doch ein bisschen schlimmer aus. Von Tourette, keine Ahnung, es ist komisch, ja. Das könnte sein, ich weiß auch nicht, ob er, ne, er war vorher noch nicht in einem anderen Kader nominiert, dass es da irgendwie Schwierigkeiten hätte geben können. So. Also finde ich jetzt auch an der Stelle nicht tragisch, finde ich aber gut, dass man da auf jeden Fall jetzt die Chance nochmal genutzt hat und da nochmal so ein bisschen durchzumischen. Auf jeden Fall. Ja. Genau, damit haben wir glaube ich auch den aktuellen Part dann durch und dann lasst uns nochmal sprechen über das Spiel vom vergangenen Samstag gegen den BVB. Am Ende ist es ein 1 zu 1 unentschieden geworden, was so während des Spielverlaufs auch in die ein oder in die andere Richtung hätte irgendwie kippen können. Ich erinnere mich da an so ein paar Szenen, wo durchaus Dortmund, aber auch wir eine Chance gehabt hätten, da ein Tor mehr zu machen. Ich glaube in Summe kann man sagen, war das ein sehr ansehnliches Fußballspiel auf einem recht hohen Niveau. Der Eintracht wieder mit viel Einsatz, viel Kampf. Ja, und ich glaube unter dem Strich kann man, wenn man gegen den amtierenden Tabellenführer da einen Punkt holt, mehr als zufrieden sein. Wir haben ja letzte Woche sowohl Marvin als auch ich unentschieden getippt, wobei wir beide davon ausgegangen sind, dass da mehr Tore zu sehen sind. Ja, aber ich glaube, das hat dem Spiel an sich jetzt nicht negativ geschadet. Wie war denn so eure Wahrnehmung von dem Spiel? Ja, also, Basti, soll ich erst oder willst du? Ja, bitte. Also, sehr schade war im Endeffekt, fand ich auch von der Tribüne aus natürlich die Situation, erst in fünf Minuten, da Costa läuft im Endeffekt da frei drauf. Und klar, Bürki ist nicht schlecht, da Costa ist auch nicht optimal hinter den Ball gekommen, aber das ist natürlich was, hat man schon gedacht, oh Mann, das wäre wirklich jetzt mal ein richtig geiler Dosenöffner gewesen. Jetzt geht's vorwärts. Was wir auch gesagt haben, frühes Tor von der Eintracht hätte uns um einiges besser oder gut getan. Dann natürlich diese blöde Szene mit, jeder sagt, oh, dieser wunderbare Dribbling von, das wunderbare Dribbling von Guerro. Ich finde einfach nur, wir stellen uns halt auch an wie die Kuh beim Kreppelbacken, die natürlich dann da nebenher läuft. So kannte ich ihn noch nicht, obwohl ich viel mit Phil Hofmeister zu tun habe. Ja, aber den kann der Kollege Hofmeister auch nicht kennen, weil der hier war gut. Okay. Da hast du recht, lieber René. Also, natürlich sehen wir das sehr, sehr unglücklich aus, dann natürlich der gute Pakt noch rüber zu rollen. Sorry, sorry. Wie kommt denn dieses Strichbrichwort zustande? Die Kühe packen den Kreppel, Alter. Wie die Kuh beim Kreppelbacken, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ja. Ich kann mal sehen, ja gut, sorry, sorry. Gar kein Problem, gar kein Problem. Ja, auf jeden Fall also sehr, sehr schwache Abwehrleistung. Dementsprechend machen wir es natürlich auch den Dortmundern zu leicht. Reus schiebt ein, ärgerlich. Und umso geiler, dass wir es dann doch noch hinbekommen haben, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu machen. Ja, wie du sagst, René, es ist, Reus hatte ja, glaube ich, dann zwei Minuten später nach dem, nach dem Latten-Treppel. Ja, aber wie du schon, ich würde gerne bei dem 1-0 Verloppen und da nochmal einhacken. Also, es war halt schon wirklich einfach, wie du sagst, da war halt auch mindestens genauso viel Glück wie Können mit dabei. Also, da haben ja zwei Leute von uns den Fuß vor dem Ball und trotzdem bleibt Guerrero da dran. Hinteregger geht dann natürlich auch nicht so aggressiv in den Zweikampf nachvollziehbarer Weise, weil du willst jetzt nicht in den ersten zehn Minuten von deinem ersten neuen Spiel da direkt den Elfmeter verursachen. Also, da war halt mindestens 50 Prozent auch Glück dabei. Also, ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand's schon geil gemacht. Also, muss man, das muss man trotzdem auch erstmal so dadurch sich durchwackeln, sag ich immer. Klar, die Rechte, das kannst du verteidigen, aber ja, du hast ja schon angesprochen, Hinteregger ist dann der letzte in der Kette, der will dann natürlich keine Elfmeter verschwinden. Das konnte ich auch absolut verstehen. Ja, ja. Aber umso wichtiger ist das, was Dennis anspricht, dass natürlich danach Dortmund so ein bisschen denkt, okay, das ist jetzt unser Momentum, wir werden probieren, das zu nutzen. Und Reus hat ja zwei Riesenchancen, eigentlich muss ein Dortmund ja 3-0 führen. Ja, das hat nicht dazu geführt, dass die Eintracht resigniert, wie das vielleicht in früheren Zeiten noch so gewesen wäre, wo du dann denkst, okay, wir haben eigentlich keine Chance. Sondern die Eintracht hat es durchgezogen, hat gesagt, ja, wir haben auch was anzubieten und das zeigen wir euch jetzt mal. Weil die Eintracht auch hätte führen können. Also, die Eintracht hätte führen können und hätte nach diesem, nach Jovic-Tor auch noch ein Tor machen können. Und in der zweiten Halbzeit sowieso. Das heißt, das war wirklich echt ein geiler Kampf. Also, es war wirklich, ich habe es jetzt oft mit einem Boxkampf verglichen, aber das passt für mich am besten, weil das wirklich sehr intensiv war. Das war aber auch technisch teilweise sehr ansprechend. Du hast mit Dortmund natürlich eine Mannschaft, wo du siehst, die Spieler sind schon geil. Also, das ist schon einfach als Fußballfan sich das auch anzuschauen geil. So zu sagen, boah, der kann echt geil kicken, bla bla. Aber dann hast du so Leute bei uns drin wie Indica, die wirklich alles reinhauen. Rod hat alles reingehauen. Und Fernandes war wichtig, dass er wieder da war, weil er im Gegensatz zu die Gusemann unserem Mittelfeld vielleicht keinen spielerischen Glanz geben kann. Aber der kann. Ja, und auch dieses, ich weiß nicht, Fernandes ist auch so ein, ich glaube, der zündet so eine Gruppe auch an. Ich glaube, wenn du einen Geburtstag hast, hockst und alle hocken noch auf der Couch und keiner weiß irgendwie, wann geht es jetzt hier los und jeder hat vielleicht erst ein Bier getrunken. Und ich glaube, er kommt dann in den Raum rein und irgendwie hat diese Party einen ganz anderen Flair plötzlich. Weil das ist trotzdem so ein positiver Typ. Und der kann sich, glaube ich, mitziehen. Da kann man vielleicht sogar dann auch, gerade wenn das Spielsystem bei uns so ausgelegt ist, dass wirklich viel über die drei da vorne läuft und über die zwei außen, kannst du auch verkraften, dass er wirklich kein Spieleröffner ist, was man natürlich auch im Eintrachtspiel ansieht, machen wir uns nichts vor. Also die Eintracht hat da jetzt nicht irgendwie sich spielerisch mit Dortmund auf dem Niveau gemessen. Schon, die haben es auch gut gemacht, aber nicht so krass. Kannst du auch mit dem defensiven Mittelfeld, glaube ich nicht. Vielleicht ist es dann auch so die Auslegung. Aber nichtsdestotrotz ist das schon, im Stadion hat es dafür gesorgt, dass die Stimmung echt geil war. Und du hast einfach als Eintracht-Fan einfach Spaß an diesem Spiel gehabt. Das war einfach ein Bundesligaspiel an einem Samstag gegen die beste Mannschaft in Deutschland momentan, wo wir mit einem 1-1 rausgehen, wo wir sogar hätten, wenn wir ein bisschen Glück hätten, hätten wir das Ding sogar gewonnen. Und also ich bin immer noch hochzufrieden, auch wenn es natürlich nur ein Punkt war. Aber wir müssen, dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt, ja wir haben Dortmund, haben wir jetzt schon mal weg. Und wir werden in zwei Wochen dann auch Leipzig und Gladbach auch weg haben. Und dann kommen ja dann erst die Spiele, die wir dann in der Hinrunde so geil gemacht haben. Ja, das stimmt. Dann sind die großen, schweren Brocken da weg. Allerdings, wenn man die Ambitionen hat, da auch dieses Jahr wieder Richtung Europa am Ende mitzugehen, dann musst du natürlich auch bei den Dingern bestehen können. Ja, da wirst du ja nicht immer 5-0 irgendwie als Sieger vom Platz gehen, aber du musst zumindestens mithalten. Und das geht, glaube ich, auch bei uns momentan ganz stark einfach über das Thema Einstellung und Kampf. Und da haben wir am Wochenende gegen Dortmund gezeigt, dass wir da durchaus mithalten können und sie ärgern können. Und da bin ich auch voll bei euch mit der Doppel-Sechs-Rode-Fernandes war natürlich diese Aggressivität teilweise oder auch das etwas wildere Anlaufen, was wir gefordert hatten auch in der letzten Woche, war wieder da. Und das ist eigentlich geil. Und Basti, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das Fernandes, der da auch im Endeffekt der Draufgeher ist. Er war ja auch Kapitän am letzten Spieltag gewesen. Also als Abräumer ist der Kerl unbenommen. Und wir hatten ja auch schon in früheren Zeiten bei Rode immer wieder gesagt, der braucht einfach jemanden neben ihm, mit dem er sich da abstimmen kann, mit dem die Zusammenarbeit funktioniert. Und dass die beiden da irgendwie Feuer und Flamme waren, hat man ja daran gesehen, dass sie, glaube ich, beide in den ersten 20 Minuten jeweils schon die gelbe Karte gesehen haben. Ja, stimmt. Trotzdem aber ohne Platzverweis das Ding bis zum Ende durchgespielt haben. Ja, also von daher als Doppel-Sechs, würde ich sagen, sind die beiden schon einfach sehr gut. Und, aber klar, der andere Punkt, und das ist für mich so ein bisschen der Schmerzpunkt dabei, der Spielaufbau bei uns geht halt momentan nicht über das Mittelfeld. Der geht entweder über die Außen, wenn der Platz da ist. Und ansonsten ist da halt auch relativ viel langen Holz, was du im Zweifelsfall auch einfach abwehren kannst. Also das wäre so der Punkt, wo ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Aber so richtig zufrieden macht es mich nicht. Das sehe ich auch so. Als wir über Rode geredet haben, haben wir eigentlich gedacht, geil, dass das ein Upgrade zu Fernandes. Der Typ kann auf keinen Fall selber ein Spiel machen, ist aber technisch stärker als Fernandes und steht ihm dem Kämpferischen nichts nach. Dann habe ich eigentlich auf Degussmann gehofft, ehrlich gesagt. Degussmann ist der Einzige, der von unseren Zentralmittelfeldspielern, der in unserem Spiel ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr ruhige Pässe und vielleicht so ein paar Steckpässe geben kann. Aber irgendwie scheint der nicht ganz auf der Höhe zu sein. Und dann musst du es halt machen, aber dann ändert sich halt tatsächlich dein Spiel. Dein Spiel ist dann wirklich viel Langholz, auch auf die drei da vorne. Das ist dann so, das hat jetzt gegen Dortmund geklappt. Das kann aber eigentlich trotzdem, diese Doppelsex, so sehr wir sie benötigen, kann eigentlich trotzdem nicht die Lösung sein. Gerade nicht, wenn du dann Rebisch als Zehner hast. Weil dann hast du eigentlich drei Spieler in der Zentrale, wo kein einziger davon in der Lage ist, ein Spiel zu strukturieren. Also auf den Ball zu treten, geil zu spielen, ein bisschen das zu machen, das funktioniert nicht. Wenn du diese zwei Sechser stellst, müsste eigentlich Gertinovic auf der Zehn sein. Ja, das zum einen. Und ich finde auch, du hast mit Haller da oben in der Spitze vorne, hast du einen Spieler, der auch die langen, hohen Bälle annehmen, verwalten und verarbeiten kann. Das sehe ich bei einem Jovic und bei einem Rebisch nicht. Die brauchen die Bälle flach in den Lauf. Vor allen Dingen Rebisch, der braucht den Sprint. Und da hilft ihm der hohe Ball nicht, der braucht das Ding. Flach in den Lauf. Und Jovic hatte ja im letzten, also nicht im Dortmund-Spiel, sondern im Spiel davor ja auch schon angezeigt, so nach dem Motto, ey, nicht hier lang und hoch, sondern spiel mir das Ding mal in den Lauf. Also ich glaube, das ist noch so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten. Da würde ich jetzt einfach mal drauf hoffen, dass ein Hütter das jetzt hier auch hört und da nochmal ein bisschen am Schräubchen dreht. Obwohl das gegen... Was, Kassinovic? Sorry, gegen Leipzig brauchen wir es noch nicht. gegen Leipzig kannst du genau so spielen. Also du brauchst das vielleicht dann nach dem Gladbach-Spiel. Genau. Ja. Aber bis dahin muss das halt irgendwie sitzen oder du brauchst halt dann doch vielleicht noch irgendwie ein zweites System. Vielleicht ist unser... Da hast du ja einen Kassinovic dafür. Und ich fand, der hat ordentlich gespielt, als er kam. Er kam ja relativ früh. Dadurch konnte man sich auch ein bisschen Eindruck machen. Ich fand, das hat er gut gemacht gegen Dortmund. Also ich denke, dass das ein System ist. Und ihr habt da völlig recht. Genau. Du brauchst das erst gegen die Mannschaften, wo du das Spiel machen musst und nicht wo, ja, ich sag mal, gegen Leipzig und auch gegen Gladbach. Da werden wir die Räume haben für lange Bälle auch etc. Also ich denke schon, dass wir da einfach gucken müssen, dass ein System auch aufgebaut wird. Ja, mit der Doppel-Sechs. Ich habe jetzt gelesen gehabt, Leute sagen jetzt schon wieder, Hasebe soll nach vorne rücken. Wir haben doch jetzt genug Innenverteidiger. Wir haben genug Leute hinten. Weiß ich nicht, ob das ein System ist, weil Hasebe gefällt mir eigentlich hinten super. Diese Statik würde ich jetzt auch im Laufe der Saison nicht mehr ändern. Klar ist das wahrscheinlich, das Fernziel von Hütter ist wahrscheinlich wirklich dieses 4-4-2, was er gerne spielen lässt. Wo du wirklich solche zwei Sechser hast, da hast du es ja. Ich glaube, wenn du das, dann hast du aber eine ganz andere Statik in dem Spiel. Dann hast du zwei Außenstürmer, zwei Mittelstürmer, wo sich einer vielleicht ein bisschen fallen lassen kann. Und dann hast du halt zwei Sechser noch und eine Viererkette. Wo vielleicht auch der Spielertyp Touré besser als Rechtsverteidiger reinpackt, weil er so ein bisschen kantiger ist. Aber das ist jetzt noch nicht so. Und das kann, das hat Hütter ja auch eingesehen, das finde ich auch geil, dass ja keiner ist, der sagt, nee, das mache ich jetzt so und das mache ich jetzt so lange, bis es klappt. Nee, der hat es jetzt halt verschoben. Vielleicht wird das im Sommer wieder ein Thema, jetzt aber nicht. Hasebe muss den Laden da zusammenhalten, egal wer neben ihm spielt. Wirklich auch. Und über Abraham haben wir schon gesprochen. Wir hier wissen, ich glaube, wir wissen immer als Erste, dass sobald es heißt, ja, mal gucken, was der hat, wissen wir, okay, der fällt fünf Wochen raus. Ich weiß nicht, das ist leider so. Ja. Und da umso wichtiger ist, dass Hütteräger da ist. Oh ja. Also, das ist wirklich von unschätzbarem Wert, weil ich keinen Bock habe, hätte wirklich fünf, sechs Wochen mit Verletz zu spielen. Ja, wir werden wirklich, und das spricht ja auch dafür, dass Hütteräger nach nur einer Trainingsanheit direkt nach Startelf ist. Also können wir so falsch nicht gelingen haben. Tun wir ja eigentlich nie. Bleibt auf jeden Fall spannend, zeigt aber auch, dass die Eintracht eben nicht alle Lücken geschlossen hat. Das ist tatsächlich so. Richtig. Weil diese Spielstärke im zentralen Mittelfeld kam nicht. Die wurde auch von vielen Leuten gefordert. Konnte man vielleicht auch nicht alles auf einmal realisieren. Ja, ich glaube, da musst du dann halt auch wirklich abwägen, wo sind jetzt wirklich die großen Baustellen? Wo muss ich als erstes das Brett vor das Loch hämmern? Ja, damit da auch einfach mir das weiterhilft. Und da war aus meiner Sicht für die Stabilität in der Abwehr und um da einen sauberen Schnitt zu haben, die Verpflichtung Innenverteidigung und noch ein Backup-Rechtsverteidigung wichtiger. Ja, sehe ich auch so auf jeden Fall. Das hat für mich auch größere Priorität gehabt. Und du weißt auch nie, was wäre denn verfügbar gewesen. Gerade so eine Spielmacherposition ist natürlich auch immer heiß begehrt. Und dann im Winter schwierig, glaube ich, da wirklich einen Ersatz für ein angemessenes Gehalt und eine angemessene Ablöse zu bekommen. Auch sicherlich schwierig. Mal sehen, was im Sommer kommt. Ich denke aber, Basti, bin ich auch bei dir. Ich denke schon, dass da auch nochmal nachgelegt werden wird. Ich glaube, das ist im Sommer, aber das ist dann jetzt auch viel Hätte-Wenn-und-Aber. Genau. Dann auch sehr stark abhängig davon, wer von den drei genannten da vorne vielleicht dann auch da bleibt und wer halt auch einfach geht. Und für die, die uns qualifiziert haben. Und das kommt auch noch hinzu. Korrekt. Das ist auch noch dein Punkt. Ja, da wird auf jeden Fall noch was sein. Jetzt ist Transferperiode rum. Wir haben gegen den Tabellenführer einen verdienten Punkt geholt. Und damit können wir, glaube ich, dann auch den vergangenen Spieltag abhaken und gucken nach vorne. Wir hatten ja schon angesprochen, nächster Gegner ist Raba Leipzig. Wieder am Samstag, wieder 15.30 Uhr. Diesmal müssen wir allerdings nach Leipzig fahren. Die jetzt im letzten Spiel gegen, ich habe es schon wieder vergessen, gespielt haben. Hannover. Ja, okay, gut. Also quasi, wie hat Basti gerade eben schon so schön gesagt, gegen eine nicht mal Zweitligamannschaft gespielt. Dafür auch nur 3-0 gewonnen. Also war eher mager. Ja, die stehen am Samstag auf dem Plan. Die waren jetzt auch in den letzten Spielen, wie ich fand zumindestens in denen, was ich so gesehen habe oder was ich mir dann irgendwie durchgelesen habe, nicht so die konstantesten für mich. Ja, naja gut. Die haben aber, glaube ich, alles gewonnen, außer gegen Dortmund, oder? Leipzig war relativ erfolgreich. Die letzten Wochen, sonst würden die auch nicht so weit oben stehen. Gegen Düsseldorf und Hannover allerdings. Gegen Düsseldorf, Hannover, Bremen, Mainz haben sie gewonnen. Dortmund, Bayern, Freiburg haben sie verloren. Okay. Ja, aber ich glaube, ich bin da eher Team Dennis. Also das ist eigentlich eine Mannschaft, da haben wir eigentlich, also das Leipzig ist für mich ein klarer Favorit. Die sind momentan besser. Die haben natürlich auch im Winter einfach mal wieder 27 Millionen Euro ausgebollert und ganz zähe Verhandlungen mit Red Bull Salzburg oder New York geführt. Sagen, wie viel haben sie für den einen, den sie quasi aus dem Schwesterverein, 20 Millionen? Also, schön. Also, man muss ja auch sagen, das wird ja auch immer so ein bisschen so, nur weil die Spieler keiner kennt, heißt es ja nicht, dass Fußballexperten die nicht kennen. Das heißt, so ein Upamecano entdecken die ja nicht. Du zahlst ja nicht für Nachwuchsspieler gleich 8, 9 Millionen Euro, wenn das irgendwie ein Schnäppchen ist, weißt du. Also, du holst den ja nicht irgendwie, keine Ahnung, für 1,5 Millionen irgendwo her und alle denken, wow, das ist gut, dass ihr das entdeckt habt, sondern diese Spieler sind ja dadurch, dass sie so teuer sind, nicht umsonst in jedem Scouting-Laptop drin. Also, sonst kosten ja nicht 8 Millionen, weil sonst müsstest du ja nicht so viel zahlen. Aber, äh, das ist so ein bisschen, die haben halt ganz viele von denen. Das heißt, wenn der eine nicht funktioniert, dann haben die noch August Stein auf der Bank, dann haben die Forsberg auf der Bank, dann haben die Kunja im Sturm, dann haben die noch Werner, dann haben die den, dann haben die den. Ja, und trotzdem kommen, weiß ich nicht, nur 19.000 Euro zu den Heimspielen. Ist auch egal, mich regt dieser Fein krass auf. Nichtsdestotrotz muss man es anerkennen, dass die, ja, dass die wieder ein bisschen in die Spur gefunden haben, nachdem die in der Hinrunde so eine kleine Delle hatten. Und die sind, eigentlich gewinnen die das, dann sind die 8 Punkte vor der Eintracht und der Eintracht holt die nicht mehr. Das heißt, ich glaube, diese Champions-League-Ambitionen, die dieses Spiel trotzdem so ein bisschen beinhalten, weil du kannst natürlich auch nicht nur 8 Punkte Rückstand haben, sondern plötzlich auch, kannst du auch wieder nur 2 Punkte sein, wenn du da gewinnst. Das ist natürlich dann so. Aber die Eintracht leidet ein bisschen unter so Mannschaften, die der René eben angesprochen hat, mit Hannover. Der untere Teil der Bundesliga ist derart grottenschlecht. Das ist ja zum Kotzen schlecht, was da unten spielt. Nürnberg, Stuttgart, Hannover, das ist ja der Wahnsinn. Augsburg bis vor kurzem auch noch. Das ist natürlich klar, weil dann landen diese Punkte, diese Bratwürste, man muss sich mal vor Augen führen. Köln, wir haben in ihrer Katastrophensaison letzte Woche mit den Punkten, die die in ihrer Katastrophensaison gehabt hätten, 16. gewesen. Ach du liebe Zeit. Und diese Mannschaften sorgen dafür, dass natürlich mehr Punkte, wenn die unten nicht sind, mehr da oben sind. Und das ist natürlich dann klar, dass Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach eigentlich wahrscheinlich die vier Mannschaften sein werden, die in die Champions League kommen. Dann ist das halt so. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil es war die letzten Jahre ja nicht immer so. Aber gut, werden wir verkraften müssen. Ich glaube, das kann auch trotzdem noch nicht unsere Ambition sein. Ich lasse mich natürlich gerne durch einen Auswärtssieg bei Leipzig, lasse mir das Gegenteil beweisen, aber glauben tue ich da noch nicht dran, weil ich Leipzig zu stark einschütze einfach. Okay, ja, ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da das ein oder andere Überraschungsmoment auch noch auf unserer Seite liegen könnte. Aber ja, ich meine, wie du schon sagst, wenn man sich den Kader anguckt und auch, wie du schon sagst, wenn man die Spieler nicht kennt, aber das sind jetzt auch alles keine Ungelernten, also dann, die haben schon genug Kraft, mit der sie da, wenn sie wollen, das ein oder andere ausrichten können. Das ist Samstag. Samstag 15.30 Uhr in Leipzig, genau. Das ist der Plan. Könnte spannend werden, vielleicht mehr Auswärtsfans als Heimfans. Ich habe ja gehofft, dass es vielleicht der Pokal gegen Wolfsburg so ein bisschen noch die Müde macht und eventuell wir... Das ist ja auch noch ein Faktor, ja. Und die haben natürlich auch ein paar gesperrt und Verletzte. Ich glaube, Konaté und Opa Mekano werden gegen uns spielen, was schon mal cool ist. Ich meine, der eine wäre verletzt und der andere hätte irgendwie die fünfte gelbe Karte gesehen, genau, die spielen... Wenn da jetzt im Pokal vielleicht noch sechs Verletzte dazukommen, dann ist alles gut. Vielleicht kann Wolfsburg endlich mal eine Funken Daseinsberechtigung sich erarbeiten, indem die, weiß ich nicht, alle kaputt drehen. Was hat Wolfsburg schon jemals für uns getan? Was hat Wolfsburg jemals für irgendjemanden getan? Also, Wolfsburg, ich hoffe, das wird das skandalträchtigste Pokalspiel aller Zeiten. Fast im Ausschuss der Öffentlichkeit gibt es 20 verletzte Spieler. Ja, mal gucken. Also wenn jetzt hier schon die Polizei NRW auf Twitter an den Signal Iduna Park schreibt, dass man doch bitte das Abbrennen von Pyrotechnik unterlassen soll. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie mehr Skandale oben drüber gibt. Aber schauen wir mal. Wer hat das getwittert? Wie, äh, Polizei NRW. Hat das getwittert? Hat das getwittert. Man soll das abbrennen von Pyrotechnik. Da wird natürlich dann der Bremen-Auswärts-Fan im Blog stehen, Twitter aufmachen und denken, uh, scheiße, ja, sorry. Sie haben mich. Sorry. Warte, ich antworte gleich. Reply. Ja, mach ich aus. Danke für den Hinweis. Sorry, waren wir sehen. Ja, das ist ja noch besser als Stadion durchsagen. Ja. Liebe Fans, blablabla, blablabla. Ja, genau. Wenn du das sagst, machen wir das. Alles klar, vielen Dank. Gottes Willen. Naja. Liebe Grüße. Polizei NRW, ganz toll. Signal Iduna Park, ganz großartig. Die Polizei NRW, was war denn da noch? Da war noch irgendwas. Ja, da ist ständig irgendwas. Mich wundert, dass sie den Hauptsponsor nicht noch mit erwähnt haben. Das wäre ja wenigstens da noch irgendwie vermarktungswürdig gewesen. Alter Verwalter. Ja, also könnte auf jeden Fall auch wieder ein guter Kick werden. Ich glaube, wenn wir da wieder ordentlich kämpferisch unterwegs sind, dann können wir sie zumindest ein bisschen ärgern. Da geht was auf jeden Fall. Spannende Frage ist die nach der Aufstellung, meine Herren. Trapp im Tor ist, glaube ich, undiskutabel. Ich würde fast sagen, fast gleich wie letzte Woche. Also Hinterecke, Hasebe, Indika, Da Costa, Kostic wird so bleiben. Auch Fernandes und Rode, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Die haben einen super Job gemacht. Und den Spielmacher oder den De Guzman auf der Position von Fernandes sehe ich da momentan jetzt auch nicht. Denke ich, wird auch spielen. Jovic, wie gesagt, wenn er fit ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es tatsächlich wieder mit Jovic, Aller und Rebic vorangeht. Und dadurch, dass aber ja er heute, glaube ich, nochmal ausgefallen ist im Training etc., könnte ich mir vorstellen, dass wir sogar mal mit Kasinovic anfangen. Auf der 10er-Position. Die einzige Backe-Position, die ich sehe. Rebic spielt auf jeden Fall. Ich glaube, Rebic wird jetzt erstmal die nächsten 10, 11, 12 Spiele machen. Ich glaube, der läuft langsam, fängt langsam an. Ja, der muss man mal wieder treffen. Verdammte Axt, auch ein bisschen, also nicht muss mal wieder treffen, ist der falsche Ausdruck, aber es war schon echt, es hat mich genervt. Dieses Scheiß-Szenen gegen Bürki nervt, 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 nervt. Hat schon ein oder andere Tor schon geschossen in der Rückrunde, falls ich dich erinnere. Also ich glaube auch, Rebic wird aus dem auch kein richtiger krasser Torjäger mehr, weil erinnert, Dennis hat ja recht, der ist kein Killer, aber der hat andere Qualitäten. Deswegen passen die drei da vorne in ihre Unterschiedlichkeit ja so geil zusammen. Ja, aber ich habe das Gefühl, der könnte vielleicht auch noch so ein kleines Stück extra Motivation gegen seinen Ex-Verein, in Anführungszeichen, haben. Da bin ich gespannt und das Problem ist, ich leite jetzt einfach mal ganz dreist zu den Tipps über. Das Problem ist, ich habe ja eigentlich gesagt, Leipzig ist viel, viel stärker als wir. Ich bin immer derjenige, der fast immer gegen die Eintracht tippt oder zumindest unentschieden, weil er so ein bisschen präventiv-pessimistisch unterwegs ist. Ich habe echt das Gefühl, die Eintracht holt da was und ich kann nicht beschreiben, warum und das verwirrt mich selber so ein bisschen, aber ich glaube, die Eintracht spielt da 1-1. Weiß aber nicht, warum. Keine Ahnung, kann ich gar nicht greifen, das Gefühl. Ja, nachvollziehbar, aber ist in der Tat schwierig. Aber ich greife mal ganz tief in die Trickkiste und frage mal unser Tipp-Orakel, weil wir sind gerade ja bei den Tipps. Wenn alles gut geht, ist der rotbärtige Mann aus der Mülltonne jetzt da? Ja, auf jeden Fall. Hi, hi, hi. Ein bisschen später, aber lieber später als nie, würde ich sagen. Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste, nicht wahr? Ja, so sieht es aus. So, die 6 Euro von euch beiden kriege ich ja irgendwann überwiesen, bitte. Hi. Und, um was geht es gerade? Wir sind bei den Tipps angelangt und versuchen uns gerade irgendwie zu einigen, wie es ausgeht. Basti sagt, eigentlich sieht er mehr Fähigkeiten bei Leipzig und ist so ein bisschen mit Präventiv-Pessimismus unterwegs, würde sich aber auf zu einem 1-1 hinreißen lassen. Wie ist denn deine zwei Meinungen zu dem Spiel am Samstag? Meine Meinung ebenfalls. Also ich sage zumindest unentschieden, ich würde sogar auch 1-1 tippen. Ich glaube, dass wir auf alle Fälle 1 fangen. Ich denke aber, dass die Eintracht jetzt auch gezeigt hat, dass die sehr stabil sein können. Wenn sie jetzt gegen Top-Gegner spielen, du hast gesehen, Dortmund, habt ihr ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen, glaube ich, dass die Eintracht die Möglichkeit hat, auch einen Punkt in Leipzig zu entführen. Und da wäre ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit. Dennis, wärst du da auch mit zufrieden? Da wäre ich sehr zufrieden. Ich sage aber sogar, wir gewinnen 2-0. 2-0? Na, jetzt mit der super Abwehr da hinten, was soll uns noch passieren? Ja, das wäre aber ein Ausrufezeichen. Das ist doch krass. Ich meine, das ist doch, ja. Bei dem Thema Abwehrsinn, Herr Basti, darf ich jetzt hier eigentlich in die Aufstellung, darf ich da Hinti reinschreiben oder ist das mit Strafe verboten? Ich habe die Vorschläge noch nicht ausgewertet. Das heißt, du darfst jetzt auf Bewährung nochmal machen. Auf Bewährung, dann schreibe ich rein Hinti auf Bewährung. Bis spätestens zur nächsten Folge Fußball 2000, aber dann ist auch Schluss. Genau, René, ich kann dir schon sagen, was da relativ weit vorne liegt, ist der Spitznamen Eggi. Ja, aber zeigt es aber noch nicht. Nee, ich auch nicht. Weiß noch nicht genau. Also, das klingt beides so ein bisschen nach Hundefutter, wenn du mich fragst. Aber Hinti ist es ja wirklich. Also Hinti, Rinti und so weiter und so fort. Fürchterlich. Aber hier Leute, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt schon über Abgänge wahrscheinlich gesprochen, aber wie krass ist es eigentlich, dass der gute Salcedo mit Roundabout 8,5 der zweitteuerste der Abgang der Eintracht jemals ist. Wie unfassbar ist das eigentlich, oder? Das ist toll und maurig gleichzeitig. Aber wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, Marvin. Bitte was? Wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Nee, du hast völlig recht, das ist echt krass auf jeden Fall. Mega merkwürdig. Auf mehreren Ebenen krass, finde ich. Es ist geil, weil ich hätte es nicht erwartet, aber es ist schon krass, dass das im Jahr 2019 erst passiert. Ja, aber Gott, ich meine... Und ich habe große Hoffnung, dass wir irgendwann auch mal, und das muss man sich mal vor Augen führen, die Eintracht hat noch nie, noch nie einen Spieler für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Also, das ist sehr absurd, finde ich. Wie viel war es denn bei Trapp? Es war auch 9,5. Ich wollte gerade sagen, es war knapp unter 10. Das haben wir noch nie geschafft. Wenn man nicht schafft, zweistelligen Millionenbetrag, was sind das? Wenn wir ganz viel Pech haben, kriegen wir im Sommer sogar zwei für einen zweistelligen Millionenbetrag weg. Das ist richtig. Ja, aber der ist dann... Ja, der geht ja dann fast kratzernden dreistelligen. Das ist schon unfassbar eigentlich, was die Eintracht auch da für eine Entwicklung gemacht hat. Wir haben bei Fußball 2000 auch drüber gesprochen, die Eintracht hat ja manchmal sogar einfach Spieler behalten und auf die Ablöse verzichtet. Grüße an Rode und Bruchhagen. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Umso besser ist es, dass wir jetzt tatsächlich solche Dinge auch mal im Winter rausballern. Erstens das und dass wir auch Leute haben, die in der Lage sind, auch mal so einen vernünftigen Vertrag zu schreiben, geschweige denn auch mal so einen Vertrag zu lesen und sich nicht wieder auf irgendwelche dubiosen Ablöse-Freikauf-Klauseln da irgendwie einlassen. Ja, warten wir, glaube ich, in so einem Essen nochmal ab. Ja, ich wollte gerade sagen, warten wir mal ab. Lovitsch wechselt für 9 Millionen Euro zu Barcelona. Juhu! Im Tausch gegen, was weiß ich, den Platzwart und irgendwie den, der die Schuhe trägt. Könnte auch passieren. So, ich muss noch Leipzig tippen. Ich bin nicht ganz so verrückt wie Dennis und sage, dass wir 2-0 gewinnen. Ich sage, dass wir nur mit einem 2-1 gewinnen. Ich bin da so ein bisschen verrückt. Im Chat schreibt Rubeck gerade, wir überspringen direkt die zweistelligen Ablösesummen und gehen direkt auf die dreistelligen. Fände ich auch okay. Können wir auch mit. Kann man, können wir mal. Ja, damit wären wir quasi zu dem Leipzig-Thema auch schon durch. Es sei denn, Marvin, als Nachzügler möchte hier noch das eine oder andere sagen oder ich würde dir sogar noch gestatten, nochmal was zu Dortmund zu sagen, wenn du noch etwas ganz Wichtiges auf dem Herzen hast. Ich würde fast sagen, ich vertraue eurer Expertise, aber ich kann nur sagen, dass es ganz, ganz gefährlich sein wird, was mit Standards passiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Leipziger. Da kommen sie her. Wir haben ja in der Fußball-2000-Ausgabe haben wir schon über die starken Kopfballmänner wie Willi Orban gesprochen. Das wird gefährlich. Also nicht nur Elfmeter, sondern auch gerade in Ecken sehr, sehr gefährlich. Und da müssen wir gut stehen, damit wir nicht so dumme Gegentore fangen, wie Hannover das jetzt in dem Leipz. Ja, wobei ich da halt wirklich auch so ein bisschen Hoffnung auf den neuen Mann-Hinteregger setzen würde, der glaube ich auch bei Standards die ein oder andere Möglichkeit hat, da einzugreifen. Bin ich völlig bei dir. Da hätte ich jetzt noch so ein bisschen Hoffnung. Vielleicht kriegen wir es ja doch langsam auf den Griff, wenn wir schon keine Tore wirklich regelmäßig aus Standards machen, dann vielleicht zumindest die Tore bei Standards verhindern. Das wäre ja schon mal viel wert. Es ist halt auch ein geiler Stürmer, äh, nicht geiler Stürmer, aber ein geiler Spieler, den wir jetzt da bekommen haben. Wir werden ja gleich drüber sprechen, ne? Wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben schon drüber gesprochen. Haben wir direkt eingestiegen. Oder sind wir direkt eingestiegen, somit wäre ein korrekter deutscher Satz. Ah, sehr gut. Ja gut, nee, dann ist ja eh klar, aber ich meine, dass wir hinterher überhaupt bekommen haben. Leute, Leute, was haben wir in den Jahren zuvor im Winter irgendwie uns gewünscht? Was haben wir gehofft und was ist dann wirklich passiert, ne? Wenn wir sehen, was für ein Leistungsgefälle das ist. Das ist natürlich jetzt mit ein bisschen Glück. Der eine mag sagen, es ist Glück. Der andere sagt, naja, hinter der Ecke hat sich das schon so ein bisschen auch ausgedacht. Wir wissen es nicht genau. Fakt ist, dass wir einen richtig klasse Spieler bekommen haben, der uns der Innenverteidigung Gold wert sein werden kann. Also ich bin super zufrieden. Sonst hattest du halt eher einen Mattlung oder sowas. Aller Mattlung verpflichtet. Genau. Ja, oder Bastis Lieblingsspieler Riccardo Klack. Der war ja sogar schon da. Ja. Das ist richtig. Also. Aber kann Eihahn. Was weiß ich, was hier vielleicht schon rumgelaufen sind. Boah, Alter, was ein Ding. Was ist los? 1-1 Dortmund. Ah, okay. Ah, okay. Sie hörten es zuerst hier. So, dann machen wir doch mal weiter im Sendeprogramm. Und da steht jetzt Folgendes auf dem Plan. Wir haben auch diese Woche wieder Dummschwätzer im Angebot. Und wir lösen natürlich als erstes auf, wer letzte Woche den Sieg geholt hat. Wisst ihr noch, wer da alles nominiert war? Einige. Einige ist immer eine gute Antwort. Weil wir eine Pause gemacht hatten, gell? Ja, aber so viele waren es nicht. Wir haben ja ein bisschen aussortiert. Ach, stimmt. Erzähl mal, wer es war. Die Trolle durften ja nicht. Die Trolle durften nicht, genau. Wir hatten unseren Freund Guido. Der ist so ein bisschen da noch mit reingerutscht mit seinem 90 Min-Artikel zu diesem Gewaltaufruf von BVB auf Twitter. Dann hatten wir die Reporter, die diese Ballermann-Klatschpappen-Stimmung in den Himmel lösen. Dann hatten wir Cem Özdemir, der sagt so viel Stimmung beim Handball, da kann ich nicht mal mehr aufs Handy gucken. Dann hatten wir Ralf Range, Ralle Rangnick mit seiner Aussage, nur Dortmund und Schalke haben mehr Auswärtsfans. Dann hatten wir von Marvin in den Ring geworfen, die Bild-Zeitung für ihre glücksten Köpfe Deutschlands. Und dann hatten wir noch die Berufung von Don Antfonso in die Jury für den Medienpreis. Eine illustre Runde. Ja, großartig. Ich hoffe, dass er aus aktuellem Anlass Rangnick gewonnen hat, weil zwischen so einem Dortmund- und so einem Leipzig-Spiel passt diese völlig absurde Aussage, die er ja heute nochmal getoppt hat und auch zu einer Nominierung hoffentlich führt. Also auf Platz 3 hat es tatsächlich unser Freund Guido von 90min, auf Platz 2 die Klatschpappen-Ballermann-Reporter und auf Platz Nummer 1, leichter Trommelwirbel, mit 40,5% Ralf Ralle Rangnick. Verdient, verdient. Ja, mehr als verdient, würde ich sagen. Mehr als verdient. Ich sag ja, am Wochenende sind da mehr Auswärtsfans als Heimfans. So, und dann gucken wir mal, wen wir diese Woche nominiert bekommen haben. Und da sind auch wieder ein paar ganz hervorragende Dinger mit dabei. Ich glaube, dass Herr Rangnick seinen Titel echt verteidigen kann. Und Hörer und Hörerin bekommen haben. Also noch steht der Herr Rangnick nicht hier, so viel kann ich schon mal spoilern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch ihn hier erwähnen wird. So, wir haben als erstes als Nominierung gesendet bekommen von A.I. Lippold und Bohnsinn V.D. Der Herr Grindl mit seiner wunderbar bestechenden Logik zur Aufnahme des Herrn Al-Kalafi in dieses UEFA-Exekutivkomitee. Ich weiß nicht, ob ihr das alles vor Augen habt, aber es ist so, dass da irgendwie noch zwei Plätze jetzt irgendwie besetzt werden können. Und unter anderem ist ein Vorschlag dafür dieser, was ist der Vorstandsvorsitzender, Präsident, Eigentümer von PSG. Ich blicke da irgendwie nicht mehr durch. Ja, und er, der Herr Grindl ist mit dieser wunderbar bestechenden Logik der Meinung, dass man dem natürlich zustimmen würde, weil wenn der Herr da in dieses Exekutivkomitee kommt, dann hätte er natürlich auch viel mehr Anreiz daran, sich am Financial Fairplay zu beteiligen. Ja, ich würde dieser Logik jetzt nicht unbedingt folgen wollen. Also das ist ungefähr so, als wenn du irgendwie El Capone zum Oberrichter ernennst. Das ist doch ehrlich gesagt alles scheiße. Jetzt mal bei allem Respekt. Wie kann man denn wirklich dazu kommen, diesen Typen da überhaupt reinzusetzen? Das ist von vorne bis hinten, das stinkt alles. Ja, ja, und wie kann man auch als DFB-Präsident sich dann da hinstellen und sagen von wegen, das ist gut? Nee, also da hast du es doch grundlegend nicht verstanden. Richtig. Hast du wirklich den fucking Schuss nicht gehört? Da muss ich mir echt die Frage stellen, was ist eigentlich los? Ich meine, das sind im Endeffekt auch Vertreter des DFB, ja, der macht das ja nicht selbstbestimmt. Der sagt ja jetzt nicht, na gut, ich finde es ganz gut, also machen wir das jetzt einfach. Sondern es ist ja wirklich so, dass er auch eine offizielle Funktion da hat und da muss er auch mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen, muss er mal wissen, dass dieser Typ vielleicht nicht der Allerbeste ist. Ja. Marvin hat es ja schon aufgedröselt. Es gibt ja zwei Ebenen. Einmal, alleine, dass er in diesem Komitee landet, ist ja schon unglaublich. Ja. Das ist ja unglaublich. Gegen Paris wird ständig ermittelt. Die haben schon Geldstrafen gezahlt. Jetzt ist es auch wieder so, die konnten im Winter keinen verpflichten wegen Financial Fair Play. Blablabla. Da gibt es wirklich die krudesten Dinge. Bei Football Leagues kam raus, wie Infantino zu seiner Zeit als UEFA-Präsident auch mit Paris irgendwie da ein bisschen gemauschelt hat, dass sie das umgehen können und so ein Kram. Und jetzt sitzt der da drin. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja. Dann denkst du, du hast schon alles gesehen. Du hast schon alles gesehen, FIFA. Wir haben es ja auch alles hier auch schon behandelt. Dann denkst du, da verzweifelst du ja sogar nur noch, wenn du sowas liest und denkst, naja gut, jetzt ist der da drin. Und das ist ja eigentlich fast sogar egal, weil es hätte sich sowieso nichts geändert, egal unter wem. Aber dass dann Grindel sich hinstellt und wirklich denkt, okay, die Leute sind noch, noch, noch dümmer, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Und ballert so eine Aussage raus und hofft, dass das jemand glaubt. Ganz ehrlich, eigentlich müsste, und das ist jetzt, ich will gar nicht übertreiben, aber ich find's schon. Eigentlich müsstest du nach so einer Aussage zurücktreten als UEFA-Präsident. Zu sagen, okay, du hast es jetzt übertrieben. Du hast es übertrieben mit dummen Gescheißgelaber. Weil das ist die größte Frechheit, die ich jemals gehört hab, zu sagen, so ein Vorgang, der stattfindet, das auf so eine Politiker-glattaalige Weise, die er hat, irgendwie zu verteidigen oder die Leute zu beruhigen. Weil das ist wirklich eine Frechheit. Und Marvin hat's gesagt, das ist ein Verband. Und dem unterstehen Leute, das ist eine gewählte Struktur und blablabla, egal, auf welche Weise es dann zustande kommt. Aber das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, das geht nicht. Also das muss irgendwann aufhören, weil wenn wir das hochrechnen auf andere Themen, die wir haben, die vielleicht dann nicht so eindeutig sind wie diese Nummer, und er erzählt uns dann wieder irgendwas anderes, sei es über Fanbelange, sei es über, was weiß ich was, Aufklärung von irgendwelchen Dingen im DFB. Und wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, diese Aussage und diese Sichtweise und diese Publikumserwartung, die er hat, weil er geht ja scheinbar davon aus, dass das jemand glaubt, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was er da sagt. Ja, ich hoffe, er nimmt das jetzt ein bisschen ernst, wenn er da mit drin sitzt. Ja, sorry Leute. Und die DFB hat übrigens auch dafür gestimmt, deswegen hat er es gesagt, der DFB hat dafür gestimmt. Mit der Stimme des DFB landet der in diese UEFA. Das gibt's nicht. Das macht mich immer fassungsloser, weil ich immer denke, okay, Eintracht-Podcast, 93, jede Woche, die ganze Kategorie ist nach dem Bayern-Ball. Und du denkst, es geht nicht mehr absurder hier. Und dann lese ich sowas und frage mich wirklich, was soll, was ist denn das Nächste dann? Also wenn das immer wieder gesteigert werden muss, weil das geht gar nicht, sorry. Du machst halt krass den Bock zum Gärtner. Es ist erneut eine Szenerie, die sich darstellt, in der du sagen kannst, okay Leute, er vertritt ja Positionen, die eigentlich nicht vollumfänglich mit dem vereinbar sind, was Leute des DFB, beziehungsweise was die Mitglieder des DFB denken. Und ihn dementsprechend zu unterstützen, trotz der Tatsache, dass es so ist, trotz der Tatsache, dass viele untere Mitglieder, die halt jetzt nicht diesen rein finanziellen Aspekt des Fußballs im Vordergrund haben, dass der Deutsche Fußballbund ihn da dementsprechend backt, finde ich echt problematisch. Angesichts natürlich auch der ganzen Sachen, die irgendwie auch mit Wikileaks und so weiter, Wikileaks sag ich schon, Football-Leaks immer weiter bekannt werden. Und es ist allen klar, dass in Paris jetzt nicht alles rosig läuft. Ich denke, da brauche ich jetzt auch nicht großartig viel erzählen. Ich finde es befremdlich, aber so siehst du, dass Dinge einfach glatt gebügelt werden, obwohl sie nicht glatt sind. Ja, dann kann man nur noch weiter verzweifeln. Ja, es ist nicht nachvollziehbar. Ich bin mal gespannt, was da die nächsten Dinger sind, die sie sich da irgendwie leisten. Aber so wirklich in die richtige Richtung geht das da alles gerade nicht. Scheint nicht, scheint nicht. Nein, aber ganz ehrlich, wir haben es ja oft schon gesagt, Grindel muss einfach verschwinden. Das ist einfach so. Der Hashtag ausgegrindelt muss weiter bestehen bleiben, weil dieser Mann ist einfach untragbar. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, aber wie du schon sagst, der ganze DFB hat halt auch dem Ding zugestimmt. Das ist ja nicht nur ein Grindel, sondern das ist ja das komplette Konstrukt dahinter. Also ja, den einen austauschen auf jeden Fall und zwar lieber gestern als übermorgen. Aber dann muss er da halt auch generell da mal irgendwie stärker durchgehen. Ja, aber das ist halt auch, ich spreche der anderen kein Auge aus. Die tun sich halt gegenseitig nichts. Nein, aber das ist für mich trotzdem das akuteste. Grindel ist noch eine Stufe über allen. Wir können über Rainer Koch reden, wir können über bla bla bla. Die haben wenigstens an gewissen Stellen noch einen Ansatz. Reinhard Grindel kommt nicht aus dem Sport. Reinhard Grindel ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Person. Dieser Typ muss entfernt werden einfach. Und dann kannst du, das ist für mich trotzdem noch eine Akutstufe drüber. Klar ist, die sind diese Strukturen konservativ verkrustet, bla 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 bla. Aber dieser Mann, der ist für Fußball auch hochgefährlich. Dem ist diese Özil-Debatte komplett entglitten. Dem ist alles komplett entglitten. Der hat in Fernbelangen keine Ahnung. Das Einzige, was der kann, ist geisteskrank schauen, sorry. Der ist ein gruseliger Mensch auch einfach. Ich will gar nicht wissen, was der im Privatleben alles macht. Der ballert so ein Ding raus. Nee, sorry, das reicht mir langsam auch. Dieser Herr, das ist Wahnsinn. Da werde ich noch wahnsinniger, als ich es sowieso schon bin. Meine Güte, sorry. Zurecht? Gottes Willen. Schauen wir mal. Schön. Ja, dann. Ich denke, also eine berechtigte Nominierung. Kann man so zusammenfassen? Ja, das ist, glaube ich, eine recht durchaus gute Zusammenfassung. Mal gucken, was er zum nächsten sagt. Die ist auch geschickt worden, die nächste Nominierung von A.I. Lippold. Und zwar sagt euch der Name Gianfranco Casper was. Nö. Nö. Gut. Das ist der amtierende Präsident des Internationalen Skiverbands. und war von 2000 bis 2018 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Und der hat am vergangenen Wochenende, lass mich gerade nochmal gucken, vor nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben. Ich glaube, es war sogar jetzt am Wochenende, wo er befragt wird zur Austragung der nächsten Ski-Alpin-Wettbewerb, whatever. Ähm, wo er da so wunderbare sagt von wegen, ja, in Diktaturen ist das einfacher, da muss man sich mit nicht so vielen Naturschützern rumärgern. Und auch, ja, haben sie halt ein paar Bäume abgeholzt. Naja, eigentlich waren es nicht so wirklich Bäume, eigentlich waren es auch so mehr Büsche. Und wir reden vom sogenannten Klimawandel und, ja, wo der Sport stattfindet, ist mir eigentlich unter dem Strich auch egal und was da für eine Politik herrscht. Also da sind so ein paar sehr lustige Aussagen in diesem Ding drin, wo ich mir auch denke, du bist das eine oder andere Mal zu oft mit den Skiern umgefallen, glaube ich. Das ist wenigstens ehrlich. Ja. Nee. Ja, es ist ehrlich. Ich habe mich immer noch nicht beruhigt bei Gründel. Gründel lügt ja, das ist wenigstens ehrlich. Das ist wenigstens ein korrupter Funktionär, der sagt, ja, so ist es halt. Weil es stimmt ja, was er sagt. Ja. Mein Gott. Das ist richtig. Aber gut finden tue ich deswegen trotzdem nicht. Ja. Zu Recht. Ja, gut. Hier auch schon 75 Jahre alt, von Klimaschutz hat er anscheinend auch noch nie was gehört. Ja, es ist interessant immer, die Leute. Ich verstehe natürlich, er hat dieses Amt, nee, er hat das Amt jetzt nicht mehr, oder was? Oder du hast es eingeleitet, René? Doch, der ist noch amtierender Präsident des Internationalen Skiverbandes und war vorher im Internationalen Olympischen Komitee. Gut. Ja, also der hat an mehreren Stellen Geld kassiert, kann man sagen. Ja, ähnliches hast du ja auch gehört, als es darum ging mit Russland. Da gab es ja auch die Winterspiele und da wurden ja auch die Dinge extra so verlegt, dass es passt. Also wenn du überlegst, Sochi ist ja auch einiges dann so hingewurschtelt worden, damit die Leute wurden umgesiedelt, halt das alles. Aber das funktioniert halt in solchen Ländern dann einfach besser, als in komplett demokratischen Strukturen. So viel würde ich uns jetzt einfach mal zutrauen. Und dann siehst du, das merkst du ja auch bei den Abstimmungen hier in Deutschland, ne? Es gab die Abstimmung zu einer Winter-Olympiade im bayerischen Raum. Es gab die Abstimmung einer Sommer-Olympiade eben in Hamburg. Beides abgelehnt. Warum? Weil die Bevölkerung zum einen die Kosten nicht komplett dementsprechend tragen wollte und auf der anderen Seite das auch infrastrukturell einfach schwierig fand. Ja, wenn du halt die Bevölkerung fragst und die was zu sagen, halt das ist halt schwierig. Wenn du es halt einfach bestimmen kannst, ist es leichter, ne? Naja, das sagt er ja hier auch, also die Frage ist, alles drumherum, Menschenrechtsverletzung ist ihm das egal, wo er sagt, von wegen, er will nur noch in Diktaturen gehen, vom Geschäftlichen her ist es da einfacher. Ja, es wird aber auch nicht mehr so funktionieren. Ich glaube wirklich, dass ganz, ganz große Mammutprojekte, die alles über eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft in Deutschland beispielsweise hinausgehen, kaum die Zustimmung der Bevölkerung genießen. Weil, wenn die ähnlich teuer sind, wirst du immer deine Probleme haben und wirst du immer Leute haben, die sagen, das ist zu teuer, da gibt es eine Initiative dagegen, wir haben vielleicht auch was. Und das finde ich überhaupt auch legitim. Also mir geht es jetzt nicht darum, wenn ich das jetzt da lege, dass ich das jetzt schwierig finde, sondern es ist halt einfach so. Denn, wenn du dir anguckst, also du kannst ja jetzt einfach sagen, gut, Frankfurt, machen wir jetzt, geil, Olympia 2028 oder sowas. Kannst du ja vergessen, wo willst du dir was hinbauen? Das Rhein-Main-Gebiet ist so dicht besiedelt, kann jetzt nicht einer sagen, jetzt baue ich mal drei Stadien hin und Swimmingpool. Aber ist das nicht eigentlich schon der Wahnsinn, dass du jedes Mal für so eine Großveranstaltung wieder irgendwo was hinbaust? Weil du baust es ja im Endeffekt immer nur für diese Großveranstaltung. Das ist ja genau der Punkt. Und davon solltest du vielleicht perspektivisch weggehen, dass du halt sagst, du machst nicht mehr, wie es halt früher war. Eine Stadt hostet eine ganz Olympiasache. Also bei London ging das noch, weil es so großveranstaltig ist, sondern du sagst ein Gebiet oder vielleicht macht das Hessen oder irgend sowas. Also bei Hessen würde es ja wieder funktionieren. Das ist ja trotzdem keine Distanzen. Da stellst du mal was nach Marburg, nach Wiesbaden, nach Gießen, nach Fulda sogar. Auf den Feldberg. Ja, und selbst in Offenbach kommt dann irgendwie, was weiß ich, kommt dann irgendwie die Halle, keine Ahnung, wie heißt dieses, wo sie alle rumschrubben, wo sie rumschrubben und dann diese... Curling, Curling. Curling, ja, kommt dann die... Großartiger Sport. Die beste Curling-Halle Deutschlands kommt dann nach Offenbach, da freut sich dann jeder. Also, whatever, so kannst du es machen, aber halt nicht nur städtebasiert. Lustig, in dem Interview auch ganz Ende so der Schluss, die Frage, wenn sich Katar morgen für die Olympischen Spiele meldet, dann bin ich dagegen. Dann sagt der Interviewer, ah, sie haben also mehr Skrupel als die Fußballer, Handballer und Velofahrer, die dort ihre WM draustragen wollen, wo er sagt, nö, geht mir nicht in Politik, da ist einfach zu viel Sand auf dem Schnee. Er ist absolut ehrlich, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so ein bisschen mit dem Brett vorm Kopf. Also, hei, hei, hei. Ich verlinke es euch, ihr könnt es euch durchlesen. Sehr schön. Ich war zwischen Schmunzeln und Kopf auf die Tischplatte hauen. Ja, verständlich. Mit Kopf auf die Tischplatte hauen war wahrscheinlich auch Julio Daelba, der hat nämlich nominiert die Redaktion der FR Sport, die jetzt vollständig auf Bildniveau angekommen sind, mit ihrem wunderbaren, ihrer wunderbaren Überschrift Eintrachthammer, Ausrufezeichen, schaut dieses Topmodel die Bundesliga unten ohne. Das ist mir doch so schnurzegal, ob die Klum irgendwie ohne Schlüpper da auf dem Bett liegt. Das war wirklich die FR, das kann ich mir nicht vorstellen. Bist du dir sicher? Warte, ich schicke dir den Link. Kannst du klicken? Ich frage nämlich nach, weil genau diesen Artikel hat die OP gemacht und die... Ja, vielleicht haben sie ihn einfach nur irgendwie kopiert oder irgendwas, was weiß denn ich. Ja, genau. Und zwar, wie heißt unsere... Extra-Tipp. Willst du Extra-Tipp? Ja, genau, das ist ein typischer Extra-Tipp-Artikel. Unsere Freunde von Extra-Tipp. Ja, genau. Nee, das ist genau so. Jetzt gehe ich mal runter. Und unten Matthias Hofmann. Okay, interessant, dass die FR diesen Artikel dementsprechend eingekauft hat. Ich glaube ganz ehrlich, da ärgert sich jede ordentliche Sportredakteur der FR selbst. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, dass es irgendwie ein klickträchtiger Beitrag ist. Das ist ein Beitrag, der aus irgendeiner Agentur kommt und die Rundschau hat das dementsprechend eingekauft. Weil wirklich, also wir kennen ja die Sportberichterstattung über die Eintracht bei der FR. Die hat ein ganz anderes Niveau. Aber ich glaube, also das ist natürlich... Ich habe mir den Artikel sogar auch durchgelesen, weil ich natürlich sehr interessiert bin, welches Topmodel das ist. Nein, aber... Das steht doch direkt oben im ersten Absatz. Hast du recht, deswegen habe ich da weggeklickt. Nein, aber ich fand es nur... Naja gut, im Endeffekt ist es ja eine Frechheit. Das ist in mehrerlei Hinsicht eine Frechheit, weil wenn du dir das Bild, was da verpixelt ist, anguckst, es geht ja um total unproblematische Sachen. Also du kannst auch noch... Also dieses Suggestiv zu behaupten, dass sie kein Schlüppert hat, das ist total aus der Luft gekommen. Ja, aber das ist halt auch total Banane. Oben ist das Bild mit der entsprechenden Stelle verpixelt. Wenn du bis zum Ende runterscrollst, dann ist unten das Ding von Instagram eingeblendet. Da ist nichts verpixelt. Ja, aber oben, das ist wirklich, wie ihr sagt, oben, das ist so richtig, ich fange mal, oh Gott, was ist da passiert? Es ist fucking Clickbait, aber so war es von. Also, wir kommen zum Fazit, bei Eintracht spielen reißt sich die Menschheit die Hose vom Leib. Ist halt einfach so. Sind wir nicht die Einzige. Von Dennis auch, ja. Oh, Mann, Mann. Ach, großartig. Und dann haben wir noch eine Normierung und da kommt auch wieder ein Freund unserer Sendung drin vor. Und zwar diesmal nominiert von Olli-Geht. Unser Freund, Alfred Draxler, der natürlich eine Gefahr für die deutsche Liga darin sieht, dass wir jetzt vermehrt englische junge Talente verpflichten. Seht ihr diese Gefahr auch, Freunde? Was, die atmet schon schwer. Ja, ich habe eine Art aufgeregt. Mir reicht es heute. Ich habe ja gesagt, ich will mich nicht mehr so viel aufregen. Ich habe jetzt nur noch so gewisse Kontingente. Das ist komplett überaufgeregt. Kein Kontingent mehr für Alfred Draxler, diese heute. Nee, der soll einfach ruhig sein. Ruhig wie Guido letzte Woche. Alles klar. Also man muss schon ganz kurz festhalten, ne? Der weiß auch nicht mehr, was er schreiben soll. Also irgendwie, ich glaube, der hat eine geistige Armut schon relativ lange gehabt und jetzt hat er auch schon Armut, dass er nicht mehr weiß, was er schreiben soll. Ja, keine Ahnung. Ich freue mich und ich würde mich freuen, wenn niemand mehr seinen Artikel anklicken würde. Grüße. Ja, ich habe mich geweigert, aber unsere Hörer waren so freundlich, uns Screenshots zu schicken, weil auf Bild-Links wollte ich dann auch nicht klicken. Es ist ja auch immer ganz gut, wenn einer der Dumme ist. Man könnte sich wie in einem ganz großen Kreis abwechseln. Der eine ist der Dumme, klickt, macht ein Foto und verteilt es dann. Dann kommen nicht noch mehr Klicks zusammen, weil irgendwann merkt man dann auch gut, Herr Draxler, Dickel, er wird aber auch dann so gut geklickt. Ja, wo hängt denn das damit zusammen? Und dann kommt es dann mit, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, könnten wir uns mal überlegen. Also wer nächste Woche freiwillig Bildartikel lesen will und uns die Screenshots schicken will, freiwillige vor, mal gucken, ob was kommt. Habt ihr denn noch weitere Nominierte? Ja, und zwar habe ich eine Nominierung von Tremor MS, also dem Martin, bekommen. Und zwar hat er mich über einen Sachverhalt aufgeklärt, der mir davor gar nicht so bewusst war. Und zwar, er ist ja auch ein Dortmunder und auch ein leidenschaftlicher Hörer. Genau, Dortmund und Eintracht-Supportisant muss man ja sagen. Also beides, deswegen hört er uns auch und hört natürlich auch 93 und so weiter und so fort. Also stabiler Junge. Und er hat gemeint, er würde ganz gerne mal die Polizei Frankfurt nominieren. Und der Grund ist, dass Eintracht-Fans, aber noch viel mehr BVB-Fans, kurz vor dem Spiel, vor dem Heimspiel letzte Woche, kontrolliert wurden. Aufgrund von Vermummungsgegenständen und es wurden sogar einige Betäubungsmittel aufgefunden. Naja, kann man davon ausgehen, dass es am Ende wirklich ein bisschen Zeug zum Kiffen war. Und das Einzige, was wirklich dann im Endeffekt auch gefunden wurde, waren so Langschals. Und die wurden festgehalten, also es waren ungefähr 65 Fans, die festgehalten wurden. Sind dann auch eigentlich dann auch erst gar nicht so richtig zum Spiel gekommen, beziehungsweise erst später, ohne erkennbaren Grund. Und das Einzige, was darüber so Informationen gegeben hat, war ein Tweet der Polizei Frankfurt. Also alles ein bisschen bitter gewesen, nur weil du so einen komischen Schlauchschal anhast. Also jetzt mal ganz langsam, für mich nochmal so zum Verstehen. Da ist ein Fußballspiel am, was war es, 2. Februar. Es liegt Schnee, es ist arschkalt, die Leute haben Schal an und werden dann festgehalten und durchsucht wegen Vermummungsgegenständen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und das Schlimmste daran ist halt, und das ist, also ich meine, ich war nicht dabei, deswegen alles nur unter Vorbehalt. Ich habe jetzt auch einen Link der Fernhilfe Dortmund. Darüber, den werden wir auch nochmal teilen, um den ganzen Sachverhalt nochmal näher aufzudröseln. Aber was ich hier einfach problematisch finde, ist, dass das Gesamte ohne eine polizeiliche Rechtsgrundlage passiert ist, beziehungsweise Rechtsgrundlage insofern, dass sie nicht mitgeteilt wurde. Das heißt, wenn du einen Verdacht hast, dann bist du als Polizist auch dementsprechend angehalten, das einfach mal kundzutun, damit die Leute wissen, womit sie es zu tun haben. Das ist ja gar nicht passiert. Insofern eine schwierige Kiste. Und dementsprechend finde ich, dass die Nominierung von Tremor MS mehr als gerechtfertigt ist. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Polizei Frankfurt, die ja in der letzten Zeit sowieso mit eigenen Memes oder eigenen GIFs ganz gerne hantiert, nicht mehr dafür übrig hatte als einen lapidaren Tweet. Und wer sich das momentan mal angucken will, der muss sowieso mit dem Kopf schütteln. Weil mittlerweile haben sich alle, haben sich die beiden Hauptsocial-Medianer dort selbst in GIFs verwirklicht und posten die jetzt die ganze Zeit. Also das ist ein bisschen absurd. Das ist schön. Da gibt es auch ein geiles, erkennt ihr dieses Hip-Hop-Video von den Girls da irgendwo? Das ist auch geil. Hip-Hop-Video von den Girls? What? Nee, habe ich nicht gesehen. Das klingt auch nicht so, als wenn ich es unbedingt sehen wollen würde. Von den Polizeischülerinnen. Polizistinnen, die da zu so einem Dings tanzen, das ist sehr, sehr strange. Sehr, sehr skurril auf jeden Fall. Naja. Ja, seitdem ich letztens dieses komische animierte, dieses Comic-Stil-Eintracht-Hype-Song-Video gesehen habe, will ich so Dinge nicht mehr sehen. Das war auch ganz verstörend. Okay. Ja, Dennis Basti, habt ihr noch Menschen für die Nominierungsliste? Ja, ich will, dass Ralf Rangnick seinen Titel verteidigt. Oh ja, großartig. Weil wir sind in der DFB-Pokal-Woche, wo die Eintracht nichts mit zu tun hat, außer dass es im Kino läuft. Aber morgen wissen wir alle das, oder wahrscheinlich, wenn die Leute das hören, heute, Abend 18.30 Uhr, könnt ihr wahrscheinlich die Sendung hier nicht hören, weil die Welt stillstehen wird, wenn Leipzig zu Hause in Wolfsburg spielt. Weil es wurden schon sagenhafte 19.000 Karten verkauft, also absolute Rekordkulisse für ein DFB-Pokal-Spiel. Und Ralf Rangnick hat sich zu dieser Tatsache geäußert und hat quasi fast indirekt auch Leute in seinen eigenen Vereinen angegriffen, weil er ja nicht dafür zuständig ist, dass Leute ins Stadion kommen, weil sie würden ja so toll spielen. Da müssen andere, wahrscheinlich nicht die Marketingabteilung, dafür sorgen, dass es sich ändert. Auf jeden Fall hat er sich gewundert, weil er kann überhaupt nicht verstehen, und das ist für ihn ein großes Rätsel, warum bei Heimspielen von Leipzig zu Hause in Wolfsburg nur 19.000 Leute kommen. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist eine tolle, aber da habe ich nicht an Grindel gedacht, deswegen wird das mit der Titelverteidigung wahrscheinlich nicht sein. Ja, vermutlich. Vielleicht wird die Umfragetool von René explodieren und Renés Haus brennt ab. Ich hoffe nicht, ich auch nicht. Aber es ist schon interessant, in welcher Welt Rangnick dann wirklich lebt, weil er sich so verwundert darüber zeigt, dass so zwei komische Plastikklops gegeneinander spielen. Was soll denn passieren? Also keine Ahnung, so groß er ein Fachmann des Sports sein möge oder auch ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so bestreitbar, aber die Tatsache, dass er offensichtlich das Gefühl für alles da drin verloren hat, das ist schon krass. Also, weiß nicht, keine Ahnung, wie kann man zu so einer Aussage kommen, wenn man irgendwie einigermaßen realistisch sich den Fußball betrachtet. Aber gut, naja, was soll man dazu sagen? Also mich wundert es, dass er sich nicht beschwert hat, dass er schon um 18.30 Uhr angepfiffen wird, weil so ja den Leuten die Chance genommen wird, sich das anzuschauen. Das sind ja auch so typische Aussagen. Es gibt ja so viele Familienfenster, es müsste eigentlich schon um 15.30 Uhr sein, ne? Genau. Und eigentlich ist es auch kalt und dann weiß man gar nicht, ob man überhaupt ins Stadion gehen soll, ne? Und dann gibt es wahrscheinlich noch Verkehrsprobleme. Wie das halt so in Leipzig ist, also da kommt viel zusammen, ist sehr unglücklich. Mir tut eigentlich Leipzig ein bisschen leid dafür, dass es nicht optimale Bedingungen sind, um gegen den Kracher aus Wolfsburg irgendwie bestehen zu können. Naja, was soll man machen? Ich drücke beiden Mannschaften die Daumen und hoffe, dass es ein sehr gutes Ergebnis für beide Seiten wird. Und damit alles gut ausgeht. Genau, damit alles gut ausgeht. Aber da kann es ganz von ausgehen. Das ist ein Spiel, da passiert nichts. Ja. Irgendeiner wird am Ende gewinnen. Das ist so viel, das können wir zuvor ja sagen. Naja. Für uns nur gut. Aber er hat auch noch eine Vermutung geäußert. Rangnick hat eine Vermutung. Er rechnet damit. Es kann sein, dass die Fans in Leipzig den Pokalwettbewerb nicht so hoch gewichten. Also er ist auf jeden Fall auf der Suche, kann man ihm nicht absprechen. Man würde ihm trotzdem, ich hätte gerne irgendwie eine Möglichkeit mit ihm in Kontakt zu treten, um ihm das zu erklären. Ja. Weil ich frage mich wirklich, er muss das ja vor jemandem geäußert haben, der das aufgeschrieben hat. Also sonst hätte ja niemand mitbekommen, dass er das sagt. Da muss ja irgendjemand in der Nähe gewesen sein. Egal, über welchen Kanal er es gelaufen ist, zu wem er das gesagt hat oder über welches Medium. Irgendjemand muss ja die Möglichkeit der Antwort gehabt haben oder in seinem Verein. Vielleicht sollte man ihm einfach sagen, so Digga, du rätselst, ich löse das komplizierte Rätsel für dich. Weil es keinen Schwanz interessiert. Punkt. So. Ist doch so. Das ist auch nicht das erste Mal. Diese Scheiße, warum er ja diese Woche gewonnen hat mit dem, von wegen ja, wir haben die drittmeistens Außerzeitpotenzial. Das stimmt ja auch nicht. Woche für Woche. Ich frage mich, warum der immer noch sowas äußern kann, ohne Widerworte zu kriegen. Das gibt es doch gar nicht. Dass der wirklich sich hinstellen kann und sich diese ganzen Sachen mit, und dass selbst Sky Reporter das übernehmen. Ja, Verkehr ist hier eine Katastrophe, deswegen gehen die Leute hier in der 70. Minute. Der Leute verarscht uns doch einfach nicht. Wir wissen es doch alle. Warum ist das denn so ein unausgesprochenes Geheimnis, dass einfach das nicht organisch gewachsen ist da in Leipzig und dass sich da keiner für interessiert, weil das ein unsympathisches Produkt ist? Warum ist das denn so? Das ist doch okay. Wir können doch auch eh nichts dagegen tun. Ich kann mir jetzt hier auch 30 Mal mich auf der Couch wälzen und sagen, ha ha ha, ich hab's gewusst, bringt mir ja auch nichts. Ich spiel ja trotzdem weiter in der Bundesliga. Aber dann sei doch wenigstens still. Also dieses Trump-Reflex, den mittlerweile jeder hat. Dass du wirklich jede Absurdität irgendwie einordnen musst, weil du denkst, die Leute sind noch dümmer, als du es dir jemals vorstellen wollen würdest. Ja, das muss auch irgendwann mal aufhören. Wir müssen wieder anfangen zu sagen, okay, wir einigen uns auf gewisse Standards und aufbauend auf diesen Standards fangen wir wieder an, vernünftig miteinander zu diskutieren. Aber so hat das alles keinen Sinn mehr. Das macht auch müde irgendwie. Das ist richtig, ja. Also insofern, Basti, vielleicht kommt da mal das gute Angebot. Dann kannst du face-to-face nah in Kontakt treten mit eben jenem, Ralf Rangnick, an deiner Seite wahrscheinlich Guido Schäfer oder wie der Typ heißt. Ihr beide zusammen dann in diesem Podcast. Jeder mit einer Dose Faxe in der Hand. Ja, mit einer Dose Faxe. Ja, aber dann habe ich aber, wenn das wirklich der Fall sein sollte, habe ich so viel Geld bekommen, dass ich dann auch keine kritischen Fragen mehr stelle. Ich sehe schon, wenn ich die Fragen stelle, wie kann es denn sein, dass wir nur 18.000 Fans haben, ja, das ist doch ganz leicht zu erklären, bla 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 bla. Ich sehe schon die Schlafzeile bei der FR. Podcasthammer, Podcaster ohne Hose. Ja, genau. Großartig. Zehn-Jahres-Vertrag-Unterschreibung. Nach acht Jahren habe ich nichts mehr. Podcast-Hoffnung, Basti Red unterschreibt den Multimillionen-Euro-Vertrag. Ohne Hose. Mit Red Bull, ja, genau. Ganz wichtig der Zusatz, ohne Hose. Heißt dann nicht mehr Basti Red, sondern Basti Red Bull. Stark, stark. Die Nummer nimmt langsam vor, Mann. Und ich weiß auch schon, wer mein Manager ist. Mein Klient. Marvin und ich verkaufen es. Fällig. Ja, Mr. Red Bull Bart. Enttäuschend. Mr. Red Bull, siehst du mal, Red Bull Bart und das Red Bull. Also Leute. Dann kommt endlich der Anruf. Dann werden wir das machen. Gute Grüße. Das Spiel Leipzig, das war aber ein tolles Spiel. Marvin, wie hast du das gesehen? Ja, die Stimmung war ganz super. Super. Die 5.000 Fans auf den Rängen. Enthusiastische Fans. Ich kann mich doch schon reinversetzen. Ich kann mich auch noch reinversetzen. Und Marvin, wir haben schon wieder einen Spieler geholt mit nach harten Verhandlungen aus Salzburg. Ja, geil. Da haben wir unsere Verantwortlichen wieder ganze Arbeit geleistet. Unfassbare Scouting da in den USA bei New York. Meine Güte, dass die darauf gekommen sind, hätte ich nicht gedacht. Aber da macht sich unsere wunderbare Scouting-Abteilung halt auch bemerkbar. Genauso aus Brasilien, dass wir da unsere Leute haben. Unfassbar. Das kannten wir von Eintracht nicht. Umso froher sind wir dafür, dass wir hier sein dürfen. Guido, was sagst du dazu? Bäh, rülps. Und wer hätte das gedacht? Aus Salzburg. Es ist so groß. Österreich ist ein so großes Land. Und dann die richtigen Leute zu fischen, muss man schon fast sagen. Richtig gut. Meine Güte. Ich bin froh, dass Alexander Walke, der vierte Torhüter ist jetzt, der jetzt gewechselt ist von Salzburg nach Leipzig. Ein guter Mann für die Dritte. Sicher macht ihm hier Angst. Das ist keine Bewerbung. Ich weiß nicht, wie ich davon jetzt irgendwie weiter überleiten soll. Also solange Leute wie Xaver Schlager noch nicht von Red Bull Salzburg zu Red Bull Leipzig gewechselt ist, ist noch nicht aller Tage Abend, liebe Leute. Xaver Schlager ist mein nächstes Jahr. Macht er auf dem Festival damit, was du letztens geboren hast, in der PSD-Bank. Das wäre geil. Xaver Schlager ist in der Mallorca-Party am FSV-Stadion. Ganz tolle Feier. Machen wir einen Hörertreff daraus, würde ich sagen. Na gut, wir kommen ab vom Thema. Wir kommen ab vom Thema, genau. Damit haben wir eine recht wunderbare Liste an Dumschwätzern für diese Woche. Es ist die spannende Frage, ob Ralf Rallarangnick seinen Titel verteidigen kann oder ob er doch von Reinhard G. links überholt wird. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer habt die Möglichkeit, das zu entscheiden. Ihr wisst, wie das geht, geht auf eintracht-podcast.de, auf die aktuelle Folge, da findet ihr die Abstimmung. Ich habe auch daraus gelernt, ich packe diesmal einen Link da rein für die Menschen, die Cookies deaktiviert haben und nicht daran teilnehmen können auf dem Mobilgerät. Und dann sehen wir nächste Woche mal, wer da das Rennen gemacht hat. Hier, sehr gut, wunderbar. Hier, Dennis, eine Frage. In unserem kleinen, schnuckligen Podcast, da behandeln wir ja manchmal auch randständige Themen. Und zwar... Randständige oder randständige Themen? Randständige. Ich wollte gerade sagen, anständig bestimmt nicht. Und zwar, der SV Mattersburg. Ja. Die haben ja einen richtig guten Spieler abgegeben letztens an eben Red Bull Salzburg. Der trifft ja jetzt wie am laufenden Band, der Typ. Den habe ich mir schon auf meine Liste geschrieben, hat schon einen neuen Saisontor gemacht. Smile Prevliak heißt der Typ, ja, der war davor. Ja, ja, ja. Aber für den SV Mattersburg sieht es aktuell nicht so gut aus. Abstiegsrunde, wenn ich das so anmerkend schaue, oder? Ja, leider. Leider, leider, ja. Das war... Es ist schwierig, ja. Jetzt ist ja momentan noch Winterpause. Ich glaube, wann geht es weiter? Nächste Woche? Könnte es sein? Nee, erst Ende Februar sogar. Okay. Ja, wird schwierig. Leider. Also das neue System, ob das so zugunsten der Mattersburger läuft, ich weiß es nicht. Genau. Wie du sagst, Aufstiegs- und Meisterrunde, Abstiegsrunde. Schwierig, schwierig. Ja, du hast schon eben erläutert. Das ist jetzt echt so, dass in Österreich, man kennt es von anderen Ligen, aber in Österreich ist es jetzt so, es gibt eine Runde, so eine internationale Qualifikations- und Meisterschaftsrunde. Um die Meisterschaft ein bisschen spannender zu gestalten, wird dann im Endeffekt so gemacht, dass dann auch alle Punkte irgendwie gehälftelt werden. Damit Red Bull Salzburg halt nicht zu viele Punkte hat, werden alle Punkte gehälftelt. Also naja, das können wir über Sinn und Sinn diskutieren. Und dann gibt es auch eine Abstiegsrunde, deswegen haben sie die Liga erweitert. Das sind nicht mehr zehn Mannschaften, sondern mittlerweile zwölf. Ab sieben bis zwölf beginnt dann die Abstiegsrunde, wo dann der Absteiger irgendwie ausgekämpft wird. Und aktuell befindet sich auch das wunderbare Mattersburg in dieser Abstiegsrunde. Das kann sich ja noch ein bisschen was ändern. Ich würde mich freuen, denn das Beste Dessert gibt es immer noch in Mattersburg. Ja, so ist es auf jeden Fall. Best of the rest ist das Ziel, würde ich sagen. Jetzt habt ihr lauter ganz sinnlose Informationen, die wir euch gegeben haben, aber ich hoffe, ihr seid gut. Ich kehre jetzt erstmal die ganzen Fragezeichen aus meinem Wohnzimmer hier auf. Großartig. Vielleicht können wir die Fragezeichen durch ein paar Ausrufezeichen in der guten Tat der Woche ersetzen. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld. in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und die gute Tat der Woche ist uns diesmal genannt worden von unserem Hörer oder Hörerin E-Born 71. Und das ist für ihn oder sie ganz klar die erste Hilfeaktion von Georg Markreiter beim Spiel am Wochenende, als Martenia bei diesem Zusammenstoß mit Selassie zu Boden gegangen ist und da sofort erste Hilfe geleistet hat. fand ich großartig reagiert, in dem Moment da sofort hinzugehen und zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, ob da nicht irgendwie die Zunge in den Hals gerutscht ist und da den Menschen zu versorgen, bis dann da tatsächlich die Sanitäter auf dem Feld waren. Ja, kann man nicht hoch genug loben. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch schon direkt im Anschluss kritisieren, dass man ihn hat überhaupt weiterspielen lassen danach. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Super Sache. Ja. Sehr gut. Und dann gehen wir... Angenehmste Kategorie, da muss man sich nicht aufregen, das sind schöne Sachen. Genau. Ebenfalls schöne Sachen haben wir natürlich in der darauf folgenden Kategorie, die noch keinen Jingle, hat die aber auch durchaus einen Jingle verdient hätte, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Und zwar die Empfehlungen. Und wir haben eine Empfehlung bekommen von Ed Jock Bourgeois. Und zwar gibt es auf YouTube eine, zwar schon etwas ältere, aber vielleicht trotzdem für die Reisenden nächste Woche noch interessante Doku über Schachter Donnitz. Ich verlinke die, die geht knapp anderthalb Stunden. Wer da nochmal so ein bisschen Einstimmung braucht und vielleicht nicht irgendwie zum 12. mal im Kino sich die Rückkehr des Pokals angucken will, der könnte ja dann da mal einen kurzen Abschläger machen. Das klingt interessant, das schaue ich mir auch an. Ja, sehr gut. Geil. Da freue ich mich doch. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Ne, leider nicht. Natürlich den wunderbaren Kinofilm. Ich habe jetzt schon so viel Geiles davon gelesen und habe auch den Trailer gesehen. Im Kino war ich dementsprechend noch nicht. Aber geil, was die Eintracht da auf die Beine gestellt hat und auch die Tatsache. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe vorhin mit dem Hessenschau-Account hatte ich was gemacht. So ein kleines Kurzvideo, wo du jubelnde Fans aus München liest. Ja, ja, die gestern irgendwie bei der Vorführung waren und komplett eskaliert sind. Genau, auch ausverkauft, selbst in München. Und das hatte ich dann irgendwie auf Hessenschau gepostet und habe es dann zum Cross-Posten freigegeben halt für unsere Eintracht-Podcast-Seite. Und ist auch bei uns auf der Eintracht-Podcast-Seite ganz gut eskaliert. Also haben es viele Leute geliked, geteilt. Ist aber auch ein geiles Ding. Ich habe mir heute Morgen diesen Kurzbeitrag, den es da bei der Hessenschau dazu gab, wo sie die Fans vorher und nachher befragen, dieses Zwei-Minuten-Ding. Ich hatte pure Gänsehaut. Also allein nur, wenn die Menschen von dem Film erzählen, kriege ich schon echt Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du tatsächlich da sitzt und das dann nochmal komplett miterlebst. Totale Eskalation. Basti, du gehst ja auf jeden Fall rein, ne? Ja, ich gehe heute Abend. Ich bin gerade drin, ich weiß nicht, weil die Leute das hier hören. Ja, ich habe auf jeden Fall schon meine Sonnenbrille rausgelegt. Ja, ich glaube, die könnte man durchaus gebrauchen da. Dennis, gehst du auch mal rein? Äh, ja, geplant. Ich hoffe, dass ich auch die Woche jetzt noch hinkomme. Also, mal schauen. Mal schauen. Okay. Also theoretisch tatsächlich hat wohl, oder ich weiß nicht, welche EFC es gemacht hat, aber Gelnhäuser Kino auch gemietet komplett. Mehr Vorstellungen. Kannst du jetzt auch in Gelnhausen wohl gucken. Okay, cool. Für Leute, die hier aus dem Gelnhäuser Raum sind. Wie viele Leute, die haben, glaube ich, schon über 40.000 Leute haben den Film schon gesehen. Und wir haben ja erst den Fünften. Das ist schon, also ganz ehrlich, das zeigt auch, was für einen Impact das hat und wie das auch andere Leute nachvollziehen können, die nichts mit Eintracht vielleicht zu tun haben. Das ist schon einfach geil, gerade in Zeiten, wo man eigentlich fast gar nicht mehr ins Kino gehen kann, weil das Gefühl, dass da läuft ein Marvel-Film nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt noch auf dem Kino war. Das stimmt, ja. Das interessiert mich ja fast nichts mehr in Zeiten von Netflix. Und kurzer Gruß an die Leute, die meinen, dass die Eintracht würde das zu hart feiern. Ja, Leute, was sollen wir denn sonst feiern? Wir wissen doch, dass wir nicht meistern. Was ist denn los mit euch? Wer hat das gemeint eigentlich? Das haben viele, viele Leute gesagt, die Eintracht soll sich jetzt mal beruhigen und ey, die habt doch nur einen Pokal gewonnen und bla bla bla. Hä? Ja, das zeigt aber, dass Leute das nicht mehr realisieren können. Das ist halt genau der Punkt. Natürlich ist es krass und eine Freude und so weiter und so fort, aber es ist ein fucking Pokal. Weißt du, es tut mir halt leid, dass es nicht so ist, dass es jedes Jahr so viele unterschiedliche Leute Pokalsieger und Meister gibt. Aber genau weil es für uns halt was Besonderes ist und andere anscheinend so abgestumpft sind, dass die das gar nicht mehr interessiert, ja, dann tut es mir leid. Aber für die Eintracht, das ist eine Riesensache. Und das ist ja auch nicht nur eine Sache, die allein auf dem Spielfeld passiert ist, sondern eine Sache, die die ganze Stadt auch bewegt hat. Und naja, wer es nicht versteht, ist ja okay. Ich verstehe auch viel Scheiße, die bei anderen Vereinen nicht passiert. Muss ich mich halt nicht die Anzahl dazu äußern, ey. Keine Ahnung, ja. Meine Fresse, ja, was weiß ich. Da home, heim, Homespiel oder was. Ja, was kommt? Also, Finale to home. Ja, ich habe trotzdem verloren. Oh, dann erst erlädt es quickly. Ich habe gerade, die Bayern wollen sich wiederbewerben. Ich werbe für ein Finale to home, 3-5-0. Thomas Müller, sein Abschiedsspiel, 4-0 verloren zu Hause gegen Liverpool. Geil. Liebe Grüße. An Thomas Müller, den Sympathikus. Eieiei. Können wir mit was Schönem abschließen? Ja, wenn du eine schöne Empfehlung hast, dann können wir mit was Schönem abschließen, ja. Ja, ich habe leider keine, außer die Standard-Mething-Sachen. Fußball 2000, 93, 100 sind wir noch draußen, bleibt auch noch eine Woche draußen, weil wir keine neue Folge aufgenommen haben. Unter anderem ist ja der kleine Marvin zu Gast. Der kleine Marvin ist zu Gast. Der Marvin. Und wir reden über Tiere, Tiere sind sowieso ein tolles. Ja, wir erklären in dieser Folge, was der neue Wolf ist und das ist sehr, sehr spektakulier. Also wir klären auf, vor welchen Tieren ihr euch in Zukunft alles schützen müsst, damit ihr am Leben bleibt. Ja, also es ist wirklich, es ist eigentlich eher so ein Reality-Format, ja, für ein Outdoor-Reality-Format, was wir eigentlich da machen. Ja, Preppers. Preppers. Geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. Ja, also die Folge 100 von 93 war alle neun Stunden und elf Minuten wert. Kann man nicht anders da sagen. Meine größten Erkenntnisse davon sind, ich finde es sehr schade, dass es den Flatterball und den Fehlpass-Podcast nicht mehr gibt. Ich will in Zukunft nur noch Podcast-Zusammenfassungen von der Mutti nachvertont bekommen. Und es gibt nur noch zwei Menschen für mich, die aus Hattrick vorlesen dürfen. Tatsächlich, ehrlich gesagt, habe ich das probiert bei 93 internen auch so zu kommunizieren, das sehe ich auch so. Ich kann mir jetzt nicht mehr von jemand anders anhören, also von Klaas oder vielleicht von... Ich will in Zukunft Hörbücher nur noch von Klaas, also alles andere geht nicht, das war so grandios. Grüße. Also von daher, wenn ihr mit was Gutem enden wollt, dann macht einen kurzen Ausflug. Zu 93 hört die 100. Folge, wenn ihr es nicht schon getan habt, ich bin mir ziemlich sicher, die kann man sich im Zweifelsfall auch noch ein zweites Mal anhören. Das tut überhaupt nicht weh. Wer die 6 Stunden insgesamt hat. Da sind mit Sicherheit so ein paar Gags drin, die man auch erst beim zweiten Mal so richtig wahrnimmt. Fußball 2000 diese Woche ohne den Herrn Hofmeister, damit 50% besser. Mal gucken, da kommt mir sicher doch auch noch eine zweite Folge diese Woche, oder? Ja, aber es wird eine zeitlose Folge, kann ich sagen. Aber es kommt jetzt. Also dann eine zeitlose und eine zeitvolle Folge von Fußball 2000 und ich glaube, damit haben wir dann auch unser Programm für diese Woche zur vollsten Zufriedenheit aller erfüllt. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Genießt den Pokal, guckt Fußball ohne emotionale Bindung. Genau. Allen Auswärtsfahrern am Samstag viel Spaß in Leipzig, bringt Punkte mit, habt danach ein schönes Wochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey, alter. Hey, alter, alter. Hey, alter, alter. Hey, hey, es kann man von, hey, hey, es kann man von. Hey, es kann man von, hey, hey, es kann man von.